Einen wunderschönen guten Abend zur bereits traditionellen Abschlusssession des ersten Tages der Digital Days 2020. Wir sind in einem besonderen Rahmen. Ich denke, ich kann das jetzt abnehmen. Kurzes Rascheln am Ton. So, so ist das Sprechen doch um einiges angenehmer. Hallo, ihr seht, wir sind heuer in einem sehr, sehr besonderen Rahmen und die Session, die ja schon traditionellerweise sehr dynamisch ist, wird heuer vielleicht noch etwas an Dynamik gewinnen. Herzlich willkommen zum Best of Industry Meets Makers. Wenn ihr euch an den Schirmen zu Hause den Saal ein bisschen vorstellen wollt, hier steht eine Kamera, hier steht eine Kamera für die Totale, hier steht noch eine Kamera. Hinten sitzt ein ganzes Team an Regie, damit ihr zu Hause ein tolles Erlebnis habt und damit wir auch diesen Best of Award gut über die Bühne bringen können. Wir haben tolle Projekte gesehen heuer, wieder tolle Projekte gesehen und wir dürfen alle Projekte, die wir heuer gesehen haben, auch auf der Bühne begrüßen und darauf freue ich mich besonders. Ich habe voriges Jahr schon gesagt, beim vierten Mal ist alles anders, beim dritten Mal ist es eine Tradition, beim vierten Mal ändern wir zum ersten Mal was und haben das auch getan, beim fünften Mal ändern wir wieder was, dass heuer ein Virus daran schuld sein würde, das haben wir uns nicht so gedacht, haben gleichzeitig das Jahr gut bewältigt. Das wäre nicht möglich ohne die Menschen, die Industrie mit Makers schon seit Jahren unterstützen. Und die möchte ich jetzt um ihr Intro bitten. Ich heiße zu allererst herzlich willkommen den Dominik Weiß von der Smart City Agentur von der Urban Innovation Vienna. Dominik, wo bist du? Ja, vielen herzlichen Dank, Tom. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Als Stadt Wien Agentur Urban Innovation Vienna darf ich sozusagen heute hier den Gastgeber spielen, das auch eben in Vertretung der Stadt Wien. Es ist uns tatsächlich immer eine besondere Freude, IMM Community hier willkommen zu heißen. Warum ist das so? Ich borge mir da auch gerne die Worte der Müller aus, der normalerweise heute hier immer öffnet. Er sagt immer Projekte, Projekte, Projekte. Das braucht es in der Stadt Wien und das stimmt. Ich denke, die Stadt Wien ist sehr, sehr gut, wenn es um Strategien geht, wenn es um Prozesse geht. Wir können uns aber ganz sicherlich von dem Besten was abschauen. IMM ist hier ein Best Practice. Es ist ja auch Best of heute. Warum? Weil hier sind Macher am Werk. Macher, die etwas umsetzen, die wirklich arbeiten, die etwas Angreifbares machen und das ist etwas, was für uns nichts Besonderes ist. Das ist etwas, was für uns ganz was Besonderes ist, auf das, was wir einfach auch schauen. Ich denke, wir sitzen in der Stadt Wien in ganz, ganz vielen Arbeitsgruppen, wo wir Strategien wälzen und immer wieder denken wir an den Tom und an die Sandra und an die ganze Community und denken uns, da gibt es ja auch noch jemanden anderen, der auch die Dinge umsetzt. Wir als Stadt sind oft dabei, nicht immer. In diesem Jahr sozusagen waren wir mit unseren Briefings vielleicht etwas spärlich. Wir werden uns aber wieder bemühen, aus Stadt Wien hier wieder aktiver mitzumachen und mitzuwirken. Aber nichtsdestotrotz ist es uns wirklich eine Ehre und eine Freude, dass wir hier bei den Digital Days Industry Meets Makers immer als einen zentralen Punkt haben, immer am ersten Abend gestalten können. Und dementsprechend wünsche ich der Community, wünsche ich sozusagen der Industry Meets Makers Partie nur das Beste. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ich bin schon ganz gespannt, was heute auf der Agenda steht. Vielen herzlichen Dank. Tom. Das Mikro bitte nicht mir in die Hand drücken, das wäre der ganz falsche Weg in diesen Zeiten. Noch einmal ein herzliches Willkommen an alle, die uns am Livestream verfolgen. Best of Industry Meets Makers mit dem Support von ganz, ganz besonderen Menschen. Und da möchte ich jetzt die Regie bitten, die zweite Introsprecherin reinzunehmen. Ich heiße ganz, ganz herzlich willkommen von der Wirtschaftsagentur Wien, die Eva Czernohorski. Haben wir die Eva online? Hallo. Hallo Eva. Bitte um dein Intro. Schön, dich zu sehen, auch wenn es diesmal nur online ist. Ja, die, die mich kennen von den letzten Industry Meets Makers, Best Offs oder Kick Offs, wissen ja, dass ich von Anfang an dabei war und ein großer Fan bin von dieser Initiative. Dieses Jahr hat Industry Meets Makers aber eine ganz besondere Bedeutung für mich, weil wir in der Wirtschaftsagentur natürlich schon sehen, wie stark die Effekte von Covid-19 wirklich in der Wirtschaft sind. Da sind Wertschöpfungsketten völlig abgebrochen, teilweise Märkte wirklich disruptiert worden. Wir haben einen Turbo-Katalyser gesehen für die Digitalisierung und das alles verlangt Unternehmen extrem viel Agilität, Kreativität und Resilienz ab. Und ich finde, Industry Meets Makers ist darauf die allerbeste Antwort, man könnte vielleicht sagen, eine Art Fitnesscenter, um eben all diese Eigenschaften, die es braucht, um durch so schwierige Zeiten zu kommen, zu trainieren. Die Sandra Stromberger und ihr Team bieten da die genau richtige Kombination aus Offenheit und Zuverlässigkeit. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass Industry Meets Makers stattgefunden hat, obwohl es so viele Einschränkungen gab. Es ist euch gelungen. Herzlichen Glückwunsch dazu und auch Dankeschön. Und ich kann nur anbieten für die Umsetzung der Projekte, die hier jetzt entstanden sind in den letzten Monaten, wenn es da noch einen Bedarf gibt, Partner mit Kompetenzen zuzuholen, die bisher noch nicht vorhanden sind. Vielleicht finden wir jemanden in unserem Netzwerk, in der Wirtschaftsagentur und natürlich auch zu der Frage, ob es Förderungsmöglichkeiten gibt für konkrete Projekte, sind wir gerne als Bearing Partner bei den Projekten dabei. Und ich freue mich jetzt wahnsinnig zu sehen, was in den letzten Monaten zu den einzelnen Briefings entstanden ist. Du darfst gespannt sein, Eva. Du darfst gespannt sein. Die Wirtschaftsagentur, die Agentur, um Unternehmen in unserem Land miteinander zu vernetzen. Ich kann nur alle Maker und alle Teams einladen, macht es davon Gebrauch. Diese Veranstaltung Industry Meets Makers und das ganze Programm Industry Meets Makers wäre nicht möglich, ohne die entsprechende Unterstützung auch durch Förderungen. Und deshalb würde ich jetzt gerne von der FFG den Markus Proske willkommen heißen. Auch online dabei in der Online-Session. Ist der Markus schon da? Danke. Markus, bitte um dein Intro. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, auch diesmal wieder dabei zu sein. Ich darf kurz das Digital Innovations Hub Programm vorstellen. Das ist ein Programm des Digitalisierungsministeriums, wird von der FFG abgewickelt und ganz grundsätzlich das Ziel dieses Programms ist, KMU bei der Digitalisierung zu unterstützen. Und das geschieht über ein ganzes Bündel an Maßnahmen, von Information über Weiterbildung bis zu digitaler Innovation. Und da wird bestehende Expertise in Österreich gebündelt und eben den KMU zur Verfügung gestellt. Und derzeit haben wir drei dieser Hubs in Österreich. Den Digital Makers Hub muss ich Ihnen in dieser Runde wohl kaum vorstellen. Es gibt zwei weitere, den DIH Ost und den DIH West. Und bereits im kommenden Jahr werden das mehr werden. Wir haben derzeit eine Ausschreibung offen, die läuft noch bis Mitte Oktober, mit dem Ziel, weitere dieser Hubs in Österreich zu errichten. Und die Abdeckung in Österreich einfach noch mehr zu erhöhen, immer mit dem Ziel, dass KMU einen ersten Ansprechpartner möglichst nahe in ihrer räumlichen Umgebung vorfinden, wo sie sich mal recht unkompliziert und unbürokratisch hinwenden können und eben erste Hilfestellungen bekommen. Eine dritte Ausschreibung ist auch noch in Vorbereitung, die möchte ich kurz ankündigen. Die wird voraussichtlich gegen Jahresende starten und richtet sich speziell an die bestehenden Hubs, wo man hier noch einmal versucht, die Hubs auszuweiten, also zusätzliche Mittel bereitzustellen, wenn die Hubs einerseits neue Expertise an Bord holen und andererseits sich weiter in Österreich ausbreiten, also weitere Bundesländer zum Beispiel erschließen. Danke, Markus. Danke vielmals. Ich hoffe, ihr habt jetzt alle am Livestream und hier im Saal gut aufgepasst, welche Ausschreibungen da von der FFG auf euch zukommen und wo ihr euch bewerben könnt. Herzlichen Dank dafür. Und hiermit komme ich zur ersten Überraschung des Abends. Lieber Hannes Raffers-Eder, ich darf dir sagen, dass einer deiner Schüler hinten in der Regie sitzt. Darüber freue ich mich besonders, das ankündigen zu dürfen und habe schon den ganzen Tag mich darauf gefreut. Hannes Raffers-Eder unterstützt Industry Meets Makers mit der FH St. Pölten auch schon seit sehr, sehr langer Zeit. Hannes, wenn du online bist, bitte um dein Intro. Ja, wunderbar. Freut mich immer, wenn Studierende, ehemalige Studierende, wenn man sich trifft, auch heute nur virtuell. Freue mich ganz wirklich sehr, hier auch heute wieder dabei zu sein. Uns verbindet ja mit Industry Meets Makers wirklich mittlerweile eine, kann man sagen, langjährige Zusammenarbeit, die auch letztlich dann dazu geführt hat, dass wir gemeinsam eben diesen Digital Makers Hub, der gerade angesprochen wurde, ins Leben rufen. Auch noch mit unseren weiteren Konsortialpartner, Partnerinnen der Zukunftsakademie Mostviertel und der Tabakfabrik Linz und einem mittlerweile stetig anwachsenden Netzwerk an weiteren, ja, sagen wir einfach Maker. Personen, Institutionen, die einfach den digitalen Wandel hier im Lande voranbringen und die sich, denke ich, vor allem dadurch auszeichnen, dass sie nicht allzu lange herumreden, sondern wirklich einfach Dinge umsetzen möchten, Projekte und Aktivitäten setzen möchten. Nachdem wir gerade heute am letzten möglichen Tag unseren Zwischenbericht abgeschickt haben an die FFG, weiß ich sehr genau, wir haben fast 70 Veranstaltungen in diesem Jahr umgesetzt. Einiges alleine sozusagen initiiert, ganz, ganz vieles mit einer Reihe von unterschiedlichsten Partnerinnen und Partnern. Und wir haben festgestellt, es gibt wirklich wahnsinnig viel an Expertise in unserem Land zur Digitalisierung. Es gibt auch sehr, sehr viele, die wirklich hier vieles tun. Es gibt natürlich viel Bedarf, Klein- und Mittelunternehmen, aber durchaus auch große Players, möchte ich auch nicht unerwähnt lassen, die hier einfach diese Unterstützung benötigen und die einfach diesen Zusammenhalt benötigen. Aber was aus unserer Erfahrung, und das hat sich auch gerade in diesem Jahr wieder mehr als bestätigt, am aller, aller, allerwichtigsten ist, und das ist genau das, was Sandra Stromberger mit Industrie, mit Makers und auch du, Tom, hier einfach wirklich als Best Practice in Österreich vorexerziert. Es braucht nicht, wie soll man sagen, die Brücken bauen zwischen den Makers, zwischen den Forschungseinrichtungen, den Universitäten, den Ausbildungsinstitutionen und den kleinen und Mittelunternehmen. Genau diese Übersetzungsleistungen, das ist das, was so schwierig nach wie vor ist und was wir einfach vorantreiben müssen. Gemeinsam wir als Digital Makers haben, wir als Fachhochschule St. Colton sind mit Begeisterung dabei und insbesondere dann, wenn wir so tolle Kooperationspartner, Partnerinnen haben, wie mit euch, wie mit Industrie, mit Makers und mit allen, die hier sozusagen sich einbringen und spannende Dinge machen. Ganz, ganz großes Danke und ich bin schon gespannt, was die nächsten Jahre auf sich bringen. Hoffentlich dann auch wieder mal ohne Corona, aber egal wie es geht, wir schaffen es sozusagen und kommen schon vorwärts. Vielen Dank und spannenden Abend. Danke, Hannes. Sandra, ich hoffe, du hast es gehört. Der Hannes hat uns einen Auftrag erteilt, die nächsten Jahre. Dankeschön. An der Stelle möchte ich mich bei einem Team bedanken, einstiegsmäßig sozusagen für die Veranstaltung. Wir haben jetzt noch etwa eineinhalb Stunden Stress vor sich. Das ist das Team des TV-Salons und da gibt es eine mir schon bekannte Namensliste. Ich möchte euch ganz kurz vorstellen im Schnellverfahren. Amy Campbell, Teresa Leist, Christian Kreidel, Daniel Scherer, Laura Paz, Kevin Taliat, Matt Halitzki, Andre, Nanikan, Katharina Schuh, Martin Grabowski, Laura Ahammer, Michael Schumpelt und Jessica Williams. Das sind die Menschen, die heute bereits den ganzen Tag hier im Saal daran arbeiten, dass ihr zu Hause am Livestream ein gutes Bild und einen guten Ton hat. Dazu herzlichen Dank an das ganze Team vom Erste Campus, besonders dem Christoph, der am Tonmixer sitzt und heute schon ordentlich Stress gehabt hat. Die ganze Sache wird extrem dynamisch werden und ich hoffe auf euer Verständnis und eure Geduld. Jetzt aber kommt das auch schon traditionelle Intro und der Auftritt jener Frau, die das alles hier begründet hat und mit der ich jedes Jahr für dieses Best-of bis zur letzten Minute den Spaß habe, dieses vorzubereiten. Und ich meine das wirklich, wie ich sage, es ist wirklich eine Freude, diese Vorbereitung zu machen. Wir wissen beide, wie stressig es ist. Wir wissen mittlerweile beide, was wir voneinander erwarten dürfen und was wir von unseren Teams erwarten dürfen. Ich heiße ganz herzlich willkommen Sandra Stromberger. Hallo Tom, danke für die nette Intro und ich möchte mich auch mal bedanken für die super Zusammenarbeit. Das Future Tech Bootcamp dieses Jahr war wieder ein Hit und das ist auch immer eine tolle Gelegenheit mit dir zu werken. Ja, ich sehe schon, dass wir wieder ein bisschen über die Zeit sind, deswegen möchte ich mich ganz kurz halten. Es ist eine irrsinnige Freude, dass das heute in diesem Rahmen stattfinden kann, auch wie bei allen anderen Veranstaltern war es auch bei uns so in diesem Jahr, dass wir alles geplant haben und kurz vorm Start alles absagen haben müssen. Wir wollten dann schon alles absagen, generell unter Jahrauslass und dann haben wir doch beschlossen, es virtuell zu machen und das hat von Anfang an gut geklappt. Wir haben ein Kick-Off das erste Mal online gemacht mit der Unterstützung von den Bootkasten. Wir haben das erste virtuelle Future Tech Bootcamp organisiert, gemeinsam mit der FH St. Pölten im Rahmen von unserem Digital Maker Hub Programm. Das wird dann gleich der Franz Fiedler vorstellen und ja und jetzt sind wir wieder in einem Online-Event oder einem Hybrid-Event quasi da und können die Ergebnisse anschauen und erfahren, die wir dieses Jahr entwickelt haben oder die Teams entwickelt haben. Und es ist echt wieder überraschend, was alles gegangen ist, trotz Corona. Ja und ich möchte gleich übergeben, um Zeit zu sparen, an den Franz Fiedler von der FH St. Pölten. Ich hoffe, er ist gerade online und kann uns kurz erzählen, wie das Bootcamp war. Ja, hallo an alle. Danke auch für die Einladung. Das Industry Meets Makers Bootcamp war klarerweise auch dieses Mal ein bisschen anders. Wir haben das in die virtuelle Welt verlegt. Wenn man Bootcamp im Internet eingibt und sucht, dann entdeckt man Bilder mit lauter schmerzverzerrten Gesichtern. Es kommt der Begriff Trainingslager auf und die Eva Tschernohorski hat das heute schon so gut gesagt. Ich glaube, es ist auch ein Teil ein Trainingslager, aber bei uns gab es keine schmerzverzerrten Gesichter, sondern nur freudige Gesichter, dass hier Studierende Makers gemeinsam mit den Unternehmen arbeiten durften. Die große Fragestellung war, in diesen vier Tagen, wie können wir einerseits in der virtuellen Welt sein, aber dann auch in die echte Welt hinausreichen. Es war ja notwendig, auch Hardware einzusetzen und sich unter Umständen auch in kleineren Gruppen zu treffen. Und da hat es mich ganz besonders gefreut, dass wir auch sehr supportet im Digital Makers Hub auch die Makerspaces in ganz Österreich eigentlich als Partner gewinnen konnten. Von Ost nach West, im Westen bis nach Wattens, im Süden bis nach Kärnten, Makerspace, Corinthia und so weiter, wo sich auch unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer in kleinen Gruppen dann vor Ort treffen konnten und an den Aufgaben, an den Problemstellungen arbeiten konnten. Insgesamt sind sogar internationale Teams zustande gekommen. Wir hatten Studierende aus Deutschland von der Fachhochschule Kiel, von der Fachhochschule Dortmund, und die dann mit unseren Studierenden der Fachhochschule St. Pölten und mit der Meka-Szene zusammen an den Aufgaben gearbeitet haben. Und ich denke, es sind auch sehr tolle Lösungen herausgekommen. Ich freue mich eigentlich auf das nächste Format, nächstes Bootcamp. Vielleicht wird es eine Mischung zwischen realer und virtueller Welt wieder sein. Ja, danke, Franz, für die kurze Intro. Also ich finde, das war eine ganz tolle Erfahrung und man hat echt gut gesehen, wie man internationalisieren kann, auch vom Infineon-Team, die werden das eh später erzählen, und von Dales waren Leute aus Indien dabei und Frankreich. Also man sieht schon, was geht, wenn man es virtuell macht. Also ich glaube, wir werden in Zukunft überhaupt vorwiegend Hybridformate machen. Ja, und dann gleich noch zum nächsten Punkt. Die ganze Industry Midsmakers Community-Geschichte, die wäre nicht möglich, wenn wir nicht erwachsen, das Netzwerk hätten und Partner in den Bundesländern und auch in Wien, die uns jedes Jahr unterstützen. Und ich möchte jetzt einfach ein paar Partner kurz nach vorne holen, die uns wirklich ganz stark in den Bundesländern unterstützt haben, im letzten Jahr schon und in diesem Jahr wieder. Da wäre die Rosmarie Bichler von der Zukunftsakademie Mostviertel. Ich nenne gleich mal alle und dann können wir nach der Reihe halt ein paar Statements von euch kriegen. Dann der Gabriel Gruber von der Business Upper Austria. Dann der Oliver Wagner, ich hoffe, er ist auch da, von der ITG Salzburg. Und ganz neu die Martina Eckersdorfer von der Barbeck. Barbeck hat uns dieses Jahr unterstützt und ist das erste Mal dabei und wird nächstes Jahr noch stärker einsteigen. Rosmarie. Hört man die Rosmarie? Ich glaube, die hat gerade vielleicht ein Verbindungsproblem. Vielleicht machen wir den Gabriel Gruber weiter, wenn er eine bessere Verbindung hat. Ich glaube, der Gabriel hat kein Tun. Jetzt sollte es gehen. Hallo. Jetzt hört man mich. Super. Schönen guten Abend aus Oberösterreich. Danke, dass wir in diesem Jahr wieder dabei sind haben dürfen. Wir sind ja mittlerweile zum zweiten Mal Netzwerkpartner von Industry Meets Maker und wir gewöhnen uns langsam an den Speed, den die Sandra vorlegt. Wir haben heuer schon das erste Briefing im Future Tech Bootcamp als Business Upper Austria stellen dürfen. War für uns total spannend und ein extrem gutes Learning. Und wir bereiten jetzt schon, weil vorhin schon die nächsten Jahre angesprochen worden sind, wir bereiten jetzt schon die Briefings für nächstes Jahr vor und haben schon zwei vielversprechende Partner an der Hand. Also wir sind gerne wieder dabei und wir wissen, egal welche Ausnahmesituation, welche Pandemie uns auch treffen mag, die Sandra findet, einen Weg und ihr Team, um Industry Meets Maker auch weiterhin durchzuführen. Wir sind froh und stolz, Teil dieses Teams sein zu können. Danke. Vielleicht machen wir mit der Rosmarie weiter. Geht es jetzt? Bitte, Rosmarie. Danke. Ja, ich hoffe, ihr hört mich jetzt alle. Ich höre euch leider nicht oder ich habe ganz eine schlechte Verbindung jetzt komischerweise ausgerechnet zu dem Zeitpunkt. Ich höre euch leider ganz schlecht und mein Bild ist eingefroren. Ich versuche trotzdem ganz kurz. Einfach herzlich willkommen von meiner Seite auch. Danke, Sandra, für die Einladung, hier dabei sein zu dürfen. Unser erstes Zusammenkommen bei Industry Meets Makers war 2019 in der vierten Runde von IMM und wir waren damals mit dem Mostviertel mit fünf Briefings vertreten. Die Firma Ifedors, Microtronix, Wörsington war mit zwei Briefings vertreten und auch ZKW. Im heurigen Jahr ist es ein bisschen knapper ausgefallen, aber es sind immerhin zwei ganz tolle Briefings dabei mit ZKW als Spezialisten für Premium-Lichtsysteme und mit Microtronix als bekannten IoT-Spezialisten. Ich denke, wir sind in einem wachsenden Netzwerk. Unser Netzwerk ist im heurigen Jahr eigentlich auf 300 Unternehmen angewachsen, die Österreich weit vertreten sind. Und ich bin jetzt zuversichtlich, dass wir beim kommenden Industrie mit ZKW schon mit wesentlich mehr Briefings vertreten sein werden, von Niederösterreich und über Niederösterreich hinaus. Ich freue mich auf alles weiter und darf auch noch einen kleinen Veranstaltungshinweis machen zum Digital Makers Day 2020. Der findet heuer am 6. November in Kombination mit dem Zukunftsforum am Städten statt online. Und ich erlaube mir, euch auch dazu ganz herzlich einzuladen. Gutes Gelingen für den heutigen Abend. Alles Gute. Danke, Rosemarie, dass wir uns an unsere Mailing-Liste aussenden. Vielleicht machen wir gleich weiter mit dem Oliver Wagner aus Salzburg. Machen wir wieder einmal von Ost nach West. Ja, vielen Dank, Sandra. Einen schönen guten Abend aus Salzburg. Vielen Dank, Sandra. Es ist echt beachtlich, was du mit deinem Team wieder einmal auf die Beine gestellt hast. Die Themenvielfalt ist extrem spannend. Herzlichen Glückwunsch dazu. Wir sind auch heuer erstmalig dabei bei Industry Meets Makers. Vielen Dank, dass wir die Möglichkeit dazu haben. Wir haben extrem viel gelernt. Es war echt eine spannende Zeit zu beobachten über die letzten Monate, was so alles an tollen Ergebnissen entstanden ist. Bereits im Bootcamp war das sehr eindrucksvoll sichtbar. Wir sind auch heuer mit einem Briefing aus Salzburg dabei. Salzburg Research hat ein eigenes Projekt. Die Claudia wird es auch nachher dann präsentieren mit dem Clemens gemeinsam. Und für uns ist das Programm ja aus einem speziellen Grund auch so bedeutend, weil wir sind mit Unterstützung der FFG gerade dabei, eine Innovationswerkstätte in Salzburg aufzubauen, einen Makerspace. So was braucht Salzburg. Wir haben bereits ein Happy Lab. Das hat auch stark bei Industry Meets Makers mitgewirkt. Aber wir möchten da wirklich bei einer größeren Dimension einen Ort bieten für Maker, für Startups und auch einen Platz bieten für Programme wie Industry Meets Makers in Salzburg. Also wir sind schon gespannt auf den heutigen Abend. Das nächste Mal sind wir fix dabei. Wir freuen uns sehr darauf, ob virtuell oder dann tatsächlich in Präsenz. Alles Gute und vielen Dank. Oliver, danke. Ich werde dann gleich weitermachen mit der Martina Eckersdorfer, die das erste Mal dabei ist heute persönlich und die Pamela Mühlmann vertritt, die wir schon beim Bootcamp kennengelernt haben. Martina. Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf für das erste Mal. Wir als Kärntner Betriebsansiedelungsagentur haben auch einen großen Bereich, einen großen Schwerpunkt im FTI-Management. Und natürlich versuchen wir hier, die Kärntner KMUs im Bereich der Digitalisierung zu unterstützen und natürlich auch die Erfolge von Kärnten sichtbar zu machen, weil wir auch sehr viele spannende Firmen natürlich da haben. Wir sind heuer noch mit keinem Beitrag dabei, aktiv, aber wir hoffen natürlich, dass wir im nächsten Jahr dann schon die eine oder andere Idee mit einreichen können. Super, vielen Dank. Ich freue mich total, dass ihr jetzt dabei seid und dass wir nächstes Jahr dann mehrere Aktivitäten gemeinsam umsetzen werden. Und bedanke mich bei euch ganz herzlich und würde gerne mal die Live-Regie bitten, unser Intro-Slide einzublenden. Da sieht man so ein bisschen, wie groß das Netzwerk mittlerweile geworden ist und wer aller mitgemacht hat in dem Jahr auf einen Blick, vielleicht schaffen wir das noch, während ich wieder an den Tom übergebe, der kurz mal unsere süßen Immis vorstellen wird und dann die Projekt-Bitches anmoderieren wird. Dankeschön. Intro-Slide sollte wieder online sein, hoffe ich. Danke für diese wunderbaren Intros. Danke, dass ihr alle Industry Meets Makers unterstützt. Es gibt noch ein Team, das Industry Meets Makers in gewisser Weise unterstützt und das mit ganz schön anstrengenden Arbeiten. Es geht um Design, es geht um Druck. Ihr seht das schon hier, die Immis des heurigen Jahres. Vielleicht kann die Kamera kurz draufgehen. Das sind die Immis, die bei Industry Meets Makers schon öfter dabei sind. Die kennen das schon. Gemacht werden sie von der österreichischen Gesellschaft für 3D-Druck. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei Claudia Hakel, Manuel Lachmeier, Oliver Rätzel und Marcel Jira von der österreichischen Gesellschaft für 3D-Druck. Die vier haben ein Video vorbereitet, das wir hoffentlich, glaube ich, jetzt abspielen können, Sandra. Hi, ich bin der Manuel, der Präsident der österreichischen Gesellschaft für 3D-Druck. Und ich bin der Marcel, der Präsident der österreichischen Gesellschaft für 3D-Druck. Die österreichische Gesellschaft für 3D-Druck ist eine Non-Profit-Organisation, die sich zur Aufgabe gemacht hat, die Idee von 3D-Druck unter die Menschen zu bringen. Und in dieser Funktion haben wir mit ganz unterschiedlichen Leuten zu tun. Natürlich ziemlich viel mit Makern und Mäkerinnen, aber auch mit kleinen und Mittelbetrieben und teilweise auch mit Industriebetrieben. Und eine Sache, die wir bei unserer Tätigkeit da merken, ist, dass es wirklich sehr spannend ist, wenn so diese Kreativität, die die Mäkerinnen und Mäker haben, zusammentrifft mit den Möglichkeiten, nicht nur finanziellen Möglichkeiten, sondern auch mit den Fertigungsmöglichkeiten, die in der Industrie Gang und Giere sind. Und aus diesem Grund sind wir sehr froh, dass wir diese Kooperation mit der I&M haben, wo genau dieser Gedanke, dass man eben die Mäkerinnen und Mäker und die Mäker zusammenbringt und daraus dann was ganz Tolles entsteht, dass wir da eben dabei sein können. Seit Anbeginn der Industrie mit Mäkers machen wir eben den kleinen IMI jedes Jahr aufs Neue und jedes Jahr wurden ein paar Funktionen ergänzt. Und somit haben wir dann diesjährigen IMI ein bisschen auf Homeoffice getrimmt, ein bisschen ans Thema Corona angelehnt, mit einem kleinen Laptop, der das Display wunderbar leuchten lässt. Ja, wir hoffen, dass die Veranstaltung ein Erfolg wird. Wir hoffen, dass Sie viel Spaß mit dem kleinen IMI haben. Und wir wünschen Ihnen alles Gute für heute Abend und freuen uns schon, nächstes Jahr wieder vielleicht uns persönlich treffen zu können. Eins muss der neue Vorstand von der Österreichischen Gesellschaft für 3D-Druck noch lernen. Wir sind alle per Du bei Industry Meets Makers. Ihr habt es hoffentlich alle gesehen, was der IMI heuer kann. Mittlerweile gibt es Menschen, die machen schon so lange bei Industry Meets Makers mit, dass sie ganze IMI-Sammlungen haben. Ich gehöre leider noch nicht dazu. Gehen wir es an. Gehen wir es an mit unseren Projekten. Das erste Team, das ich ansagen darf, ist ein Team, das auch schon einige Jahre bei Industry Meets Makers dabei ist. Das ist die Microtronics mit ihrer IoT-Suite. Und wenn ich mich zurückerinnere, als ich selbst, der ich in IoT tätig bin, die IoT-Suite von der Microtronics das erste Mal in Augenschein nehmen durfte und was sich bis heute in der IoT-Suite getan hat und welche Leistungsfähigkeit da schon da ist, dann kann man sich wirklich freuen, was die Damen und Herren in Rupprechtshausen zu Wege gebracht haben. Auch heuer wieder sehen wir mit dem Projekt bei Industry Meets Makers, was mit dieser Suite möglich ist. Und das ist wirklich ein spannendes Thema, das auch mit dem zweiten großen Thema des heurigen Jahres zu tun hat, nämlich mit Sustainability. Ich darf begrüßen den Markus Beyer von der Microtronics und den Manuel Schwabel, der aus der Maker Community die Projektidee hatte. Ich sehe, der Markus ist bereits online. Wir können loslegen, Markus. Hallo, Tom. Nur mal gleich als Info. Es ist Rupprechtshofen, nicht Rupprechtshausen. Ich habe es gehofft, dass ich es falsch sage. Kein Problem. Der Manuel ist auch schon da. Ich glaube, den können wir auch schon dazu holen. Also ich bin da. Hallo. Achso, gut. Ja, haben wir unsere Präsentation auch noch irgendwo? Hallo. Ich glaube, das ist mein Studio. Regie, bitte. Die Slides. Die sind gestartet. Die sind gestartet. Ja. Okay, das sehen wir nicht. Okay, gut. Moment, dann mache ich sie mir dann nebenher auf. Frage an die Regie. Könnt ihr dem Markus auch die Slides geben? Ah, jetzt sehen wir uns. Sehr gut. Der Markus hat die Slides. Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Perfekt. Ja, ich begrüße euch mal recht herzlich im Namen von Manuel und mir. Ich würde gleich mal mit den Herausforderungen starten von der ersten, also von der nächsten Folie. dazu würde ich gleich einmal kurz das Wort auf einen Manuel auch übergeben, dass er die aktuellen Herausforderungen mitteilt. Das war ja auch die Idee, die Best eingebracht hatte und einfach mit unserer Technologie jetzt da umsetzen möchte oder umgesetzt wurden. Genau. Also das Thema war ja, was würde dir ein System sagen und wir haben es umgelegt auf was würde dir dein Kamin sagen. Dein Kamin würde dir relativ viel erzählen, wenn er es nur könnte. Zum Beispiel, dass man ein Feuer von oben zünden sollte aus dem Grund heraus, weil die Gase, die bei der Verbrennung entstehen, immer durch die heiße Zone durchziehen können und dadurch die geringsten Emissionen entstehen können. Nun ist es österreichweit so und hier gehen wir gleich wieder auf die Folie. Es sind über zwei Millionen an Feuerungen installiert in den Häusern und Wohnzimmern durch ganz Österreich. Der Austausch von diesen alten Technologien ist relativ schwierig. Jeder hängt an seinem alten Ofen und wir müssen deshalb irgendwie schauen, wie man den Leuten besser beibringen kann, wie sie mit ihrem Ofen auch so umgehen können, dass die Luftqualität nicht darunter leidet. Und unser Ansatz bei BEST ist es deshalb, mit Citizen Science, mit Wissenschaft, zusammen mit jedermann, das zu vermitteln. Und der Ansatz mit Microtronics war, dass wir, was dir der Kamin erzählen kann, nämlich diese... Okay, der Manuel ist jetzt aus der Leitung gefallen, wird sich wahrscheinlich gleich wieder einwählen. Markus, vielleicht... Manuel wäre wieder da. Entschuldigung, ich habe einen kurzen Aussetzer gehabt offensichtlich. Es geht darum, eben über Machine Learning herauszufinden, was für Emissionen entstehen bei der Flamme und das dem Nutzer sichtbar machen. Und hier gebe ich das Wort wieder an den Markus, der da definitiv besser kompetent ist, was die ganzen IoT-Komponenten anbelangt. Dankeschön. Genau, also die Use Cases einfach aus dem ganzen Projekt waren dann eigentlich einfach eine effektivere Befeuerung von den Holzscheiteröfen. Das Ziel dadurch war auch einfach eine Reduktion der Luftschadstoffe sowie Erkennung des Flammenzustandes durch Machine Learning, wann wieder nachgelegt werden soll und wie einfach der Zustand des Feuers ist. Und damit das Ganze auch einfach ansprechender wird, ein Geminification-Aspekt für den Endnutzer durch eine mobile App. Ich weiß nicht, welche Slide wir jetzt da haben. Ich sehe jetzt wieder nur das Bild. Genau, also ich habe jetzt die Folie schon übersprungen, eine weiter schon. Genau, im Rahmen der Konzeptionierung war es jetzt einfach notwendig, zu definieren, welche Werte brauchen wir vom Ofen, vom Gerät in die Plattform, um sie dort auch weiter zu verarbeiten können im Studio und in der IoT-Suite, um anschließend wieder ein Output daraus zu generieren. Auf der nächsten Folie haben wir dann die gleiche mal aufgeschrieben. Das heißt, wir brauchen zum einen die Frischluftzufuhr. Wie viel kommt wirklich momentan zu Feuer? Den aktuellen Wert der Luftschadstoffe, die Temperatur des Feuers bzw. der Flamme und um auch natürlich die Flamme zu analysieren, ein Video bzw. ein Foto der Flamme. Diese Daten sollen oder werden an die IoT-App übertragen, wo sie dann erfasst werden, verarbeitet und über Machine Learning im Anschluss die richtigen Werte generieren und anschließend eben über Output an die Apps übertragen. Dadurch trägt es bei, dass Luftschadstoffe reduziert werden können, die Luftqualität kann verbessert werden und eben die Gamification für den Nutzer steht im Vordergrund. Wie wurde das Ganze jetzt gelöst? Auf der nächsten Folie. Die Werte wie Frischluftzufuhr, Schadstoffe und Temperatur werden über ein Board, welches mit dem Ofen verbunden ist, generiert. Zusätzlich besteht die Möglichkeit für den Nutzer, ein Foto via Handy-App zu generieren, um diese Daten, die Flamme, an die Suite zu übertragen. Das war im Hintergrund dessen, weil viele Benutzer auch sicherlich sich nicht einfach eine Kamera ins Wohnzimmer stellen möchten. Und deshalb kann der Nutzer frei entscheiden, möchte er jetzt diese Zusatzinformation haben oder reicht ihm die Information einfach jetzt mit Temperatur und den Schadstoffen bzw. Luftzufuhr. Als Output eben gibt es jetzt dann die Möglichkeit mit Badges, also Badges sammeln und diese mit Freunden zu tauschen. Wie auf der nächsten Folie zu sehen ist. Zusätzlich können Befeuerungspläne erstellt werden. Wann soll ein Feuer wieder nachgelegt werden? Das ist natürlich nur möglich mit Hilfe von einem Foto. Und es können einfach Vorschläge gegeben werden an den Benutzer, wie sie besser einheizen können. Das geschieht durch den Benefit einfach von Forum oder beziehungsweise einfach von Austausch mit der Community. Zukünftig ist ein Projekt einfach Upcoming. Ich weiß nicht, welchen man sieht momentan. Business Cases. Hier haben wir vor, jetzt in Zukunft mit den Steuerherstellern, mit den Steuerungsherstellern bzw. den Ofenherstellern, direkt in Gespräche zu kommen, um entweder die Allbestehende nachzurüsten oder nachrüsten zu können bzw. in neue Geräte diese Technologie direkt einzubauen und zu integrieren. Hierfür möchten wir noch ein gemeinsames Projekt dann mit den Herstellern und mit BEST aufsetzen, dadurch, dass die Hardware ja sowieso jetzt schon vorhanden ist, die eben im Rahmen von dem IMM jetzt entwickelt wurde. Genau, also das wäre es jetzt mal soweit von unserer Seite. Auf der abschließenden Folie gibt es noch Kontaktdaten, sowohl von Manuel als auch von mir, falls ihr Fragen aufgetaucht sind. Vielen herzlichen Dank, Markus. Vielen herzlichen Dank, Manuel. Ich hoffe, das Publikum am Livestream kann sich ein wenig vorstellen, wie komplex das ist, in diesem Hybridformat zu präsentieren, die Folien vielleicht zum Teil nicht zu sehen. Das ist ganz normal. Das erleben wir den ganzen Tag schon und das Team leistet hier Außergewöhnliches. Und ich danke auch euch, dass ihr euch auf dieses Experiment eingelassen habt. Mit der IoT-Suite die Befeuerung von Ofen, Steuern, Überwachen und Daten sammeln. Das ist das erste Projekt des heurigen Best of Industry Meets Makers. Und ich komme gleich zum zweiten Projekt. Wer kennt den Baby-Elefanten? Jetzt kann ich zwar euer Aufzeigen nicht sehen, aber ich denke, da wird jeder die Hand heben und jede. Wer kennt den Event-Fund? Da wird es wahrscheinlich etwas dünner, bis vielleicht sogar gegen Null gehend. Ich darf begrüßen von der Salzburg Research Dr. Claudia Luger-Batzinger. Ich freue mich sehr, dass du online dabei bist, Claudia. Und auf die Bühne bitten darf ich den Clemens Mayer von Mayer Makes. Das ist eine Kooperation, die sich beim Bootcamp gefunden hat. Und ich freue mich wirklich sehr auf eure Präsentation. Clemens, nimm dir bitte selber das Telefon. Claudia, kannst loslegen. Ja, ich hoffe, man hört mich. Schönen Abend, wieder aus Salzburg. Ich darf heute unser Briefing vorstellen. Wir haben ein recht aktuelles Thema uns zum Anlass genommen. Und zwar alles rund um das Coronavirus beschäftigt uns ja momentan wirklich sehr. Und unser Briefing, das wir eingebracht haben von Salzburg Research, das war mit dem Namen Physical Distancing Tool for Coronavirus Prevention. Und ich habe auch Folien vorbereitet. Ich weiß nicht, ob man die schon sieht. Ja, man sieht die Folien schon. Ich weiß nicht, ob es die Regie schafft, der Claudia die Folien wieder mitzunehmen. Okay, danke, Amy. Solltest du sie sehen, hoffe ich. Perfekt. Mal kurz die Kopfhörer. Entschuldigung. Also die Problematik, die wir von Salzburg Research identifiziert haben, wir können gerne auf die nächste Folie schalten, ist, dass uns das Abstand halten, das physische Abstand halten von anderen Menschen ja teilweise sehr schwerfällt. Man kann an den eigenen Alltag denken, wie schwierig das teilweise ist. Gleichzeitig ist es aber sehr wichtig für die Prävention von Coronavirus. Und zwar gibt es bereits erste Studien, die zeigen, dass ein Meter Abstand von einer anderen Person das Risiko, sich mit dem Coronavirus anzustecken, um circa 80 Prozent reduziert. Und jeder zusätzliche Meter bringt noch zusätzlichen Schutz. Die Problematik beim Abstand halten ist, dass wir in sozialen Situationen oft sehr abgelenkt sind. Das heißt, da ist Abstand halten jetzt nicht unsere Priorität. Und das lehrt uns die Proxenik. Das ist ein Teilbereich der Psychologie. Wir empfinden die zu anderen Menschen oft viel geringer als angemessen und angebracht, als wir von der Coronavirus-Prävention eigentlich einhalten sollten. Also das heißt, der Abstand sollte dann oft für uns persönlich viel geringer sein, als er eigentlich ideal wäre. Genau, die nächste Folie, bitte. Und wir möchten dieses Abstand halten mit einem technologischen Tool unterstützen. Und zwar haben wir uns ein bestimmtes Setting ausgesucht, nämlich ein Fokus auf Kongresse, Konferenzen und Messen. In so einem Setting kommt es naturgemäß zu vielen Kontakten in nicht vertrauter Umgebung. Das heißt, man ist hier dann besonders gechallenged, dass man den Abstand einhält. Und gleichzeitig haben Veranstalterinnen und Veranstalter aber auch eine Verantwortung gegenüber den Teilnehmerinnen und Teilnehmern von diesen Kongressen, Events messen. Genau, die nächste Folie, bitte. Danke. Also die Zielgruppe war für uns eben die Veranstalter von Messen, Kongressen, Events. Das ist eine Zielgruppe, denen wir so ein Tool anbieten könnten. Und dann kommen wir schon zu unserem klingenden Namen, Event-Fend. Dann finden wir auf der nächsten Folie. Genau, unsere Lösung für so ein technologisches Tool, das ist der Event-Fend. Und der Event-Fend ist ein kleines Tool, das am Ende eines Schlüsselbandes lebt. Ich glaube, der Clemens wird dann auch einen Prototypen herzeigen. Also auf Kongressen und Konferenzen ist ja durchaus üblich, dass man diese Schlüsselbänder bekommt. Hier haben wir jetzt ein Hausinternes. Und der Event-Fend wäre also ein kleines Kästchen in der Größe von einem Namenskärtchen. Genau, danke, Clemens. Das am Ende von diesem Schlüsselband hängen würde. Und es funktioniert folgendermaßen, wenn sich zwei Menschen annähern und einen gewissen Abstand unterschreiten, dann vibriert das Tool und man kriegt gleichzeitig einen visuellen Impuls. Das heißt, ich kann dann bei der anderen Person sehen, okay, der Event-Fend von der anderen Person, der leuchtet jetzt rot. Das heißt, ich muss einen Schritt zurückgehen, bis der Event-Fend sozusagen wieder auf grün schaltet, damit er mich dabei unterstützt, den richtigen Abstand einzuhalten. Nächste Folie, bitte. Genau, also wir haben den Event-Fend jetzt schon ganz kurz gesehen, beziehungsweise so einen Entwurf oder ein Mockup oder ein Prototypen. Wir haben uns eben für das Design von so einem Badge an einem Lanyard entschlossen, weil das ja etwas ist, was man auf Konferenzen und Kongressen durchaus gewohnt ist. Das heißt, es stört die Menschen nicht, wenn sie so etwas um den Hals hängen haben. Und gleichzeitig kann man das nutzen, damit wir Menschen dabei unterstützen, wirklich den Abstand einzuhalten von anderen Personen. Und wir haben uns auch noch ein paar zusätzliche Features für den Event-Fend überlegt. Und das findet man hoffentlich auf der nächsten Folie. Also einerseits ist uns wichtig bei dem Event-Fend, dass wir nicht nur ein Ding haben, was kippst, wenn ein gewisser Abstand unterschritten ist, sondern wir wollen wirklich eine langfristige, nachhaltige Verhaltensänderung herbeiführen. Eben durch zwei Arten von Feedback, das haptische und das optische Feedback, also Vibration und ein visuelles Feedback, ein rotes oder grünes Licht, das ich wahrnehmen kann beim anderen. Gleichzeitig ist auch wichtig, dass das etwas ist, was die Leute gerne verwenden. Also wir arbeiten auch mit einem Gamification-Element. Das heißt, wenn man den Event-Fend fleißig verwendet, wird man belohnt mit einem Zugang zu besonderen Lounges, beispielsweise auf einer Messe. Oder man kann sich auf freiwilliger Basis auch sein Verhalten auswerten lassen. Und man könnte ein Ranking bilden, also im Sinne von ein bisschen einem Spielwettbewerb, wo man sich dann ein besonderes Merchandise abholen kann oder Kaffee und Kuchen und so weiter. Und es gibt zusätzlich die Möglichkeit für Veranstalter, dass man die Daten aus diesem Event-Fend auswerten kann. Das heißt, man kann hier Besucherstrom-Analysen anstellen. Man kann sich überlegen, wo gehen denn meine Besucher am ehesten hin? Wo gibt es vielleicht auch Engpässe in meinem Gebäude? Welche Stände sind besonders und so weiter? Einfach damit wir den Event-Fend so aufsetzen, dass es nicht nur piepst, wenn ein Abstand unterschritten wird, sondern dass es wirklich einerseits die langfristige Verhaltensänderung hervorrufen kann und andererseits, dass es auch etwas ist, was darüber hinaus noch einen Mehrwert hat. Und zum Technischen darf ich jetzt an den Clemens Mayer übergeben. Der ist in Wien auf der Bühne. Wir haben ihn schon kurz gesehen. Und wir haben ihn beim Bootcamp quasi kennengelernt, beziehungsweise ich habe ihn dort kennengelernt. Und er wird uns jetzt ganz kurz was erzählen zur technischen Umsetzung vom Event-Fend. Ja, vielen Dank, Claudia. Ja, Clemens Mayer von Mayer-Mex. Ich habe eben beim Bootcamp den technischen Teil davon übernommen. In meiner Hand sehen wir im Grunde, was beim Bootcamp schnell einmal in 24 Stunden entstanden ist. Und das ist im Grunde nichts anderes als die Form, die das Gerät im Endeffekt ähnlicherweise haben wird. Mittlerweile hat sich die Entwicklung schon ein bisschen weiter bewegt. Das heißt, die Form wird sich ein bisschen ändern, dann die farbliche Gestaltung und so weiter. Wird alles im Laufe der weiteren Arbeiten dann genauer festgelegt. Vom technischen Teil innen haben wir mittlerweile einige Teile evaluiert. Also insgesamt glaube ich 150 Stück an verschiedenen Bauteilen, die ich versucht habe, da zu optimieren dabei. Dadurch sind vor allem die Hauptaugenmerkwahl dabei auf die Stromversorgung, damit der Event-Fend auch auf jeden Fall einen ganzen Messetag im Vollbetrieb durchhält. Und auch die Datenübertragung. Besonders wichtig ist dabei der datenschutzkonforme Übertrag von gesammelten Daten und eben auch die Auswertung. Und in Kooperation mit der Salzburg Research mündet halt eben dieses Bootcamp-Projekt in ein Forschungsprojekt. Und dementsprechend ist der Event-Fend dann auch so aufgebaut, dass er während dieser Evaluationsphase und dieser Entwicklung immer wieder verändert werden kann. Und eben die Daten auf verschiedenste Art und Weise leicht auszuwerten sind. Herz des ganzen Stücks für alle, die technisch interessiert sind. Zuerst haben wir uns gedacht, wir machen besonders einfache Akkutechnik und sind damit auf Nickel-Metall-Hydrid gekommen, um das Gewicht halbwegs gering zu halten. Ich habe mittlerweile allerdings eine modernere Basis in Form von einem Lithium-Ionen-Akkutyp gefunden, der noch leichter ist und ein bisschen mehr Kapazität hat. Und wir steigen für den Prozessor, steigen wir jetzt um auf die nächste Generation an ESP32-Bit-Prozessoren, die uns ebenso ein bisschen mehr Akkulaufzeit ermöglichen und auch eine bessere Datenübertragung. Und statt einem eigenen Gerät dafür gibt es das Ganze jetzt mit USB-C. Dankeschön. Danke, Clemens. Und vielen herzlichen Dank, Claudia Salzburg Research, Claudia Lugabatzinger. Danke für diese Vorstellung dieses tollen Projektes, das bei Industry Meets Makers beim Bootcamp entstanden ist. Clemens, du musst noch einen Moment, gut, Mikrofon abgegeben. An der Stelle ein virtueller Applaus für den Marco vom TGM, der uns hier auf der Bühne das Corona-konforme Desinfizieren der Devices übernimmt. Und der Clemens darf sich jetzt einen Immi aussuchen, den ich nicht angreifen darf natürlich. Such dir einen aus. Herzlichen Glückwunsch zu dem Projekt. Danke vielmals, Clemens. Und alles Gute noch mit dem Projekt, euch beiden. Machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Machen wir weiter mit einer Ehe, die beim Bootcamp oder zum Bootcamp entstanden ist. Nein, nicht eine reale Ehe, eine industrielle Ehe. Wenn man so sagen darf, aus Menschen, die wirklich total committed waren, hier etwas ganz Besonderes auf den Weg zu bringen und auf die Straße zu bringen. Nein, eigentlich auf die Geleise zu bringen, weil es geht um selbstfahrende Züge. Es geht um die Überwachung und die Steuerung von Zügen. Was genau gemacht wurde und was genau entstanden ist, das wird uns das Team erklären. Das Team ist ein Team aus den Firmen Infineon und Thales. Beide Firmen hatten ein Briefing am Start bei Industry Meets Makers heuer. Und beide Firmen hatten sich gedacht, naja, diese beiden Briefings könnte man eigentlich zu etwas wirklich Großartigem verbinden. Am Bootcamp haben wir selbstfahrende Züge gesehen, die in Linz gefahren sind und von München aus gesteuert worden sind. Heute sind die Protagonisten des Teams hier bei uns. Ich darf begrüßen den Stefan Lengauer, den Martin Grünbacher, bin ich mir nicht sicher, ob mit da ist. Danke, Stefan. Stefan, komm auf die Bühne. Und wenn ich so sagen darf, ich hoffe, ihr gestattet mir das, das Mastermind des ganzen Projekts. Sie hat es zusammengestellt, sie hat es gebrieft. Sie hat die Teamausschreibungen gemacht. Sie hat uns dann auch noch zwei Podiumsdiskussionen beim Bootcamp anberaumt und moderiert. Salome Christiani von Thales. Hallo Salome. Bitte nehmt euch euer Mikrofon und legt es los. Los geht's. Guten Abend. Stefan Lengauer von Infineon und ich von Thales Österreich haben im Industry Meets Makers Format zusammengefunden und ein Kooperationsprojekt gestartet. Entschuldigung, können wir bitte die Folien da auf dem Monitor haben? Das war voll nett. Ah, danke. Genau. Bei uns haben wir kombiniert mit Infineon die Radartechnologie und das Know-how aus dem Eisenbahnsektor von Thales. Mein Name ist Salome Christiani und ich darf an dich, Stefan, übergeben. Ja, dann ganz offiziell. Hallo von meiner Seite auch noch. Unsere Aufgabe, die wir uns gestellt haben, unsere Challenge, die wir uns gestellt haben, war die Messung von Geschwindigkeit am Zug mittels Radar. Die Frage, die sich dabei stellt, ist, warum macht man das eigentlich oder warum will man das eigentlich machen? Dazu müssen wir uns das aktuelle System von Züge anschauen. Die Gleise oder die Strecken der Züge sind in einzelne Sektoren unterteilt und es ist immer einfach nur ein Zug pro Sektor zugelassen. Das heißt, sobald ein Zug in einen gewissen Sektor reinfährt, muss der nächste Zug so lange warten, bis der Zug aus diesem Sektor wieder heraus ist, um die Gleise wieder freizugeben. Das Ganze ist sehr sicher, weil dann immer nötiger Bremsabstand eingehalten wird. Aber mittels Radar kann man jetzt die Geschwindigkeit und somit auch die Position der Züge auf der Strecke live bestimmen. Natürlich ist eine Sensor Fusion mit der Rotationsgeschwindigkeit der Reifen und so von Nöten, um ein richtig perfekt, präzises Ergebnis zu erzielen. Aber diese Daten werden dann live an ein Rechenzentrum oder eben einen Server geschickt und dieser kann dann live den nötigen Bremsabstand berechnen. Und der große Vorteil dafür ist, dass dann die Sektoren auf diese Gleise wegfallen und einfach immer nur ein gewisser Mindestabstand zwischen den Zügen eingehalten werden muss und somit mehrere Züge in derselben Zeit über dasselbe Gleis sie bewegen können. Martin Grünbacher hat Stefan Dich in Linz unterstützt und weiter haben uns in der Entwicklung auch der Hannes Matthias Geicke aus Infineon München als Radarspezialist unterstützt und unsere Maker. Sie werden sich jetzt per Videobotschaft aus Frankreich zu uns melden. Hallo, ich bin Freddy Liendo. Hallo, mein Name ist Safa Keita. Und wir waren Studierende der Master of Psychotronik der Polytech und Cisienbradie. Given unsere Erfahrung im Embedded System, haben wir entschieden, die Talis Infineon-Team in den Industrie-Mietmakers. Und das Ziel unserer Zusammenarbeit war, die Implementierung der Radar-Technologie-Sensoren in real-case-Szenarien, wie die real-time-Velocität der Trenn. Genau, danke Freddy und Cater für diese kurze Self-Introduction. Die haben uns natürlich sehr unterstützt bei der Programmierung und auch bei den Messaufbauten, haben unsere Züge, die wir vor Ort stehen haben, aus Frankreich dann auch gesteuert. Und wir haben da eben eine sehr gute Kooperation alle gemeinsam gehabt. Kurz zur Technik. Das verwendete Radar ist eben das Infineon-Sens-Toc-U-L-Radar. Es ist ein reines Dopplerradar. Also es dient zur Messung von Bewegungen, Geschwindigkeiten, aber auch der Richtung der Bewegung. Es kann sämtliche verschiedenste Anwendungen eingesetzt, für sämtliche verschiedene Anwendungen eingesetzt werden. Unter anderem, den haben wir uns natürlich zurücknutzer gemacht, auch für die Geschwindigkeitsmessung. Das Radar, kurz in Eigenwerbung, kann man auch kaufen und ist gerade eben für den Maker-Bereich optimal, weil es eben ein erschwingliches Radar ist. Und über die Make-Radar-Page von Infineon kriegt man dann auch ein verbales Thema Radar sehr gut herangeführt und hat eben als Maker dann einen wunderbaren, leichten und einfachen Einstieg in diese Thematik Radar. Wie gesagt, wir haben das eben verwendet, um die Geschwindigkeit auf unserem Zug zu messen. Das Radar wird eben in einem gewissen Winkel auf den Zügen montiert und blickt somit dann auf die Gleise. Dieser Winkel muss bekannt sein, um die richtige und korrekte Geschwindigkeit messen zu können. Und genau, so hat dann ein Test-Setup von uns eben ausgesehen. Das war schon der Endtest. Wir haben uns bei Infineon Lins dann mit dem Zug darauf fokussiert, die Geschwindigkeit auf der Geraden zu messen und zu überprüfen, wie akkurat eben unsere Messungen mit dem Radar sind im Vergleich zu dem, was der Sollwert ist. Diese Kurve, die da unten dargestellt ist, also die Geschwindigkeitsmessung, bei der rote Kurve, wie man da sieht, ist eben die gemessene Geschwindigkeit mittels dem Radar. Die graue Geschwindigkeit ist eben die über die Länge und die Zeit, die der Zug für diese Distanz braucht, errechnete Sollgeschwindigkeit. Die roten Daten sind jetzt da noch ungefiltert, diese Geschwindigkeitsdaten. Wenn man die eben nur filtert und glättet, erhält man sehr genaue und sehr präzise Werte für die Geschwindigkeit. Man kann sagen, es funktioniert. Sie sehen hier die Modelleisenbahn von der Firma Thales. Wir Techniker und Technikerinnen können mit ihr teilweise komplizierte Prozesse vereinfacht darstellen und veranschaulichen. Was wir mit dem Sense2go Radar auch wirklich da uns zu Nutzen machen konnten, ist, dass wir hier ein Grundsystem haben mit ganz verschiedenen Hardware- und Softwareschnittstellen. Und es ging da und das ist eigentlich wirklich unser großer Gewinn in der technischen Entwicklung immer darum, eine Abwägung zu finden zwischen Rechenleistung, die hier in diesen Modellen beschränkt war, beschränkter Speicherplatz und dann auch wieder der Korrektheit der Resultate. Wir haben hier wirklich verschiedene Softwareprogramme und Hardwareprogramme genutzt und eigentlich mit unserem Projekt zum ersten Mal diesen Sensor auf IoT mit semiprofessioneller Hardware aufgebaut. Das ist jetzt, wie Stefan auch schon die Werbung gemacht hat, euch als Maker, uns für die Firma Thales natürlich auch, steht das zur Verfügung mit diesem gesamten Aufbau. Wir zeigen das jetzt einmal mit unserer Demo zum Abschluss der Präsentation noch live vor, die wir noch im Vorfeld aufgezeichnet haben. I welcome you here at Thales Austria from the Rivergate in Vienna. On this installation we showcase the Thales Railway portfolio. The Infineon Sensical Sensor Measuring Velocity was mounted on the right side of the Thales model train. The momentary speed will be illustrated on the kilometer you can see behind me. So, let's go. So, let's go. Genau, das war unser Projekt. Wir haben das eben noch schön dargestellt für euch in einem Live-Thirm, den wir eigentlich noch aufbauen wollten, was leider durch Corona nicht so funktioniert hat. Aber es war ein wunderbares Projekt und ich hoffe auch, dass die Zukunft dann Früchte trägt. Danke fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Dankeschön. Ihr hört es offenbar jetzt. Oh, Applaus im Saal. Applaus im Saal und ihr hört es hoffentlich auch, den Applaus an den Bildschirmen. Ihr könnt es das Kind ruhig beim Namen nennen. Ich war derjenige, der dann gesagt hat, nein, also den Zug auch noch in einem Extraraum aufbauen und die Kameras dorthin tragen, damit wir live von dort übertragen, das machen wir jetzt nicht mehr. Ihr habt es toll präsentiert, herzlichen Dank für euer Projekt. Mikrofone bitte an den Marco. Jetzt kommen wieder die Regieanweisungen. Und noch nicht die Bühne verlassen, ihr dürft die Bühne erst verlassen, wenn ihr euch euren Imi ausgesucht habt. Herzlichen Dank, Salome und Stefan. Imi schnappen, danke für immer, ist für Erfolg noch. Jeder einen und jede einen. Dankeschön, viel Spaß. Weiter geht's. Weiter geht's mit einem Unternehmen, das auch heuer ein Briefing für Industry Meets Makers ausgeschrieben hat. Aber nicht nur das. Heute am Vormittag, und ich hoffe, ihr habt es alle aufgepasst, war bereits jemand von diesem Unternehmen auf der Bühne, virtuell, Markus Stelzmann. Er hat uns erzählt, wie die Strukturen in dem Unternehmen funktionieren. Ein anderer Kollege von dem Unternehmen wird uns jetzt erzählen, wie Energiegewinnung funktioniert in diesem Unternehmen. Wir haben es gehört am Vormittag. Die Telehase mit Sitz in Inzersdorf hat dort ein Firmengebäude, ist ein Wiener Unternehmen. Und was noch nicht erzählt wurde, das Firmengebäude hat am Dach bereits Sonnenkollektoren. Es soll noch mehr bekommen. Und wie man es dann schaffen kann, oder wie man sich zumindest auf den Weg begeben kann, um energieautark zu werden und damit einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten, Das erzählt uns jetzt der Andreas Bruckmüller und mit ihm gemeinsam die Skierin Adnayani und der Simon Serres. Ich glaube, das sind die Kollegen vom Team und Kolleginnen, die da sind. Ja, bitte, kommt auf die Bühne. Wie immer die Regieanweisung, schnappt euch euer Mikrofon und die Bühne gehört euch. Ja, ein Anruf von der Sandra und wir waren dabei. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, welches Thema nehmen wir? Und das war ein glücklicher Zufall. Heuer haben wir beschlossen, wir erweitern unsere Photovoltaikanlage und damit erzeugen wir noch mehr Energie als bisher selber. Und dann war für uns ein bisschen die Frage, das ist so schön, aber wie nutzen wir die eigentlich? Und nutzen wir die effizient und sinnvoll, dass wir das Optimum rausholen aus der Anlage? Und aus der Überlegung heraus haben wir begonnen, um dieses Briefing zu starten mit einem sehr breiten und offenen Thema. Und das war so richtig schön. Das ist das Schöne an der Open Innovation. Ganz viele Leute waren dabei und es kamen ganz viele Ideen, die uns wirklich auch inspiriert haben. Wir hatten alle möglichen Themen, unter anderem auch Begrünung des ganzen Gebäudes. Und wir haben uns dann im Sinne unserer Organisation und unserem Organisationsgedanken entschlossen, in die Richtung zu gehen, was ist, wenn wir das Verhalten der Mitarbeiter bei der Nutzung des Gebäudes ändern? Was bewirkt das in der Stromnutzung? Und aus dem heraus haben wir dann begonnen, dieses Projekt stärker zu initiieren. Und das war auch der Schwerpunkt unseres Briefings für die Powerwoche sozusagen. Und eines war aber total wichtig. Und der Herbert Sauruck, der hat uns das zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon zum zehnten Mal gesagt, wir müssen unbedingt Daten sammeln, weil du kannst nur eine Veränderung feststellen, indem du vorher einen Ist-Zustand erhebst mit gesammelten Daten und nachher Vergleichswerte hast. Und das war eigentlich dann unser Kernthema des Projekts bis jetzt, nämlich Aufbau einer IoT-Infrastruktur. Und was wir da genau aufgebaut haben, das erzählt euch jetzt der Simon. Jo, gibt es da Slides dazu? Ah, der Klicker war ja auch noch irgendwo. Es gibt einen Klicker, mit dem ihr weiterklicken könnt. Wo ist der? Okay, bitte selber nehmen, Simon. Jawohl. Dankeschön. Ah ja, sehr gut. So sollte es jetzt funktionieren. Es gibt nicht nur Solarpaneele am Dach, mittlerweile gibt es sogar Solarpaneele an der Seite. Delehase ist eine Vorzeigefirma, was erneuerbare Energien betrifft. Ich glaube, das sind 160 kW Pico oder so. Da kommt mächtig viel Energie vom Dach. Wie ich schon eingeleitet wurde, ist es das erste Mal zu schauen, was kommt wann und wie setzt man es am besten ein. Unsere Aufgabe, also ich bin von der Neymia, ist immer Datensammeln. Das heißt, wir haben da mal kostengünstige Hardware-Raspires genommen und überall in der Firma verteilt. Mit allem angesteckt, was so zur Verfügung steht. Hauptsächlich mal die Photovoltaikanlagen und jetzt tun wir da fleißig, Daten sammeln. Daten sind das neue Gold, Wissen ist Macht. Das heißt, wir machen eine Bestandsaufnahme an Spielen, die ist mit vielen Gateways, also IoT-Gateways, in eine zentrale Datenbank. Die hat uns ein Kollege von Industry Meetsmakers aufgesetzt. Was kommt alles rein? Die ganzen Photovoltaik-Wechselrichter und die wichtigsten Zähler von den größten Verbrauchern. Also das ist Stand heute und die Schirin wird später dann noch sagen, wie diese Datenbank jetzt ausschaut, wenn man das Ganze für den Menschen, für das menschliche Auge aufbereitet. Ja, genau, dann übernehme ich auch schon. Ja, super, perfekt. So, darf ich da weiterklicken. Ja, richtig, der Simon hat uns, also Tele will grüner werden und wir haben uns gedacht, dann brauchen wir Kennzahlen natürlich, weil jedes Ziel muss irgendwie verfolgt werden und braucht Orientierung. Und deswegen haben wir die Daten, die uns der Simon von Namiya da so super rausgezogen hat, quasi visualisiert und diese Informationen veranschaulicht in Dashboards. Eins davon sehen wir gerade. Und da haben wir dann gesagt, okay, was wollen wir überhaupt wissen? Also was müssen wir wissen, damit wir uns da weiter bewegen können, beziehungsweise Tele? Und welche Datenpunkte haben wir? Und jetzt haben wir hier zur Verfügung gehabt, dank dem Simon, die Wetterdaten zum einen und zum anderen die Daten von der PV-Anlage, die wir da in Beziehung setzen konnten. Das heißt, plötzlich kann ich ganz anders steuern. Ich sehe jetzt also, wann produziert die Photovoltaikanlage viel, wie wird das Wetter? Und danach kann ich zum Beispiel meine verbrauchsstarken Maschinen richten. Jetzt gehe ich da kurz zum nächsten Slide. Was wir noch veranschaulicht haben, ist zum Beispiel, was erwirtschaftet die Photovoltaikanlage. Eigentlich kriegt man da einen Kilowattstundenwert raus, mit dem kann ich zumindest wenig anfangen. Da haben wir uns gedacht, okay, jetzt ist das Ganze ein Richtwert, nämlich in Euro. Mit dem können wir in der Regel alle relativ viel anfangen. Da sehe ich da, was spare ich mir wirklich mit der Produktion? Genau, also ich könnte jetzt so weiter erzählen, was aber unser Ziel ist, ist, dass wir noch viele weitere Datenpunkte von Tele bekommen und sie auf dem Weg grüner zu werden und grün zu werden weiter unterstützen können. Und ja, da freuen wir uns schon drauf. Danke. Es ist jetzt so, dass wir sind jetzt fast fertig mit der IoT-Infrastruktur und am Weg dahin haben wir einiges gelernt. Dank Industry Meets Makers möchte ich sagen, gibt es eigentlich drei große Learnings für die Art von Open Innovation. Spannend für uns die Reise, dass es eigentlich schwer zu planen ist, was da kommt und wie wir das umsetzen und was wir überhaupt umsetzen. Und du kannst eigentlich keinen linearen Projektplan machen, klassisch, sondern du musst hier einfach Vertrauen darauf, dass die Leute immer wieder Ideen bringen, Inputs bringen und dich nach vorne bringen. Und so sind wir dann auch weitergekommen. Was noch spannend ist, ist, wenn du das Projekt beginnst mit vielen Leuten, es scheiden auch immer wieder welche aus und kommen dazu. Das heißt, es gibt so wie die beiden hier, die die ganze Zeit dabei sind. Es gibt auch Mitglieder in diesem Projektteam, die zu einem bestimmten Zeitpunkt den Input liefern und der ist aber auch wichtig. Das heißt, das war für uns schön zu erleben. Du musst nicht die ganze Zeit bei so einem Projekt dabei sein, immer wieder, aber du bist auch wahnsinnig wert, dass du zwischendurch einfach einen wichtigen Input lieferst. Und das Letzte ist halt, wenn wir uns eigentlich mit der Frage beschäftigen wollen, wie verändern wir unser Verhalten, brauchen wir also halt doch auch Fakten basierend und nicht nur nach Bauchgefühl. Und da ist einfach die IoT-Infrastruktur total wichtig, dass wir hier den Input bekommen, um sinnvolle Projekte zu machen. Jetzt, das ist so diese drei wichtigsten Learnings, die wir bisher hatten, aber das Thema ist jetzt für uns nicht aus, es gefällt uns so sehr. Wir wollen weitermachen. Wir haben daher beschlossen, wir wollen das auch umsetzen in den nächsten Jahren und wir wollen daraus lernen. Wir werden ein Projekt starten, das sogar vielleicht bis 2025 geht, wo wir wirklich herausfinden wollen, wie optimiert man jetzt bei der Nutzung des Gebäudes, welche technologischen Komponenten braucht man, welche Software braucht man. Und mit der Unterstützung von allen Beteiligten eine interessante Anlage zu schaffen, die man live sehen kann bei der Tele, wo wir selber aber auch neue Produkte für uns explorieren können und erfinden können. Und da sind wir sehr dankbar, dass wir mitmachen konnten und dieses Setting für uns im Rahmen von dem Event geschaffen wurde. Herzlichen Dank. Danke vielmals. Bitte gebt mal eure Devices bei der, das ist nicht mehr der Marco, das ist jetzt die Julia, ab zum Desinfizieren. Danke vielmals für dieses tolle Projekt. Die Microsoft hat vor einigen Monaten angekündigt, dass sie 2030 energieautark sein wollen mit ihren Rechenzentren. Ihr schafft das schon 2025, habe ich verstanden. Sehr gut. Locker. An der Stelle wieder die Bitte Bühne erst verlassen, wenn ihr euch den E-Mail ausgesucht habt. Herzliche Gratulation zu dem Projekt. Ihr seht es hoffentlich an den Bildschirmen, wie viele Möglichkeiten es hier in diesen Projekten gibt, sich zu beteiligen. Einfach auf die Industry Meets Makers Website gehen, schauen, was dort an Briefings ausgeschrieben ist und mitmachen. Es ist wirklich ein Open Innovation Projekt, ein Open Innovation Space, wo Firmen Briefings ausschreiben und wo jeder und jede mitmachen kann, die Ideen dazu hat. Danke für euer Projekt. Danke der Telehase. Wir kommen jetzt zu etwas Haptischem. Das kennt man ja von Industry Meets Makers, dass an und für sich auch immer irgendwelche Objekte auf der Bühne stehen. Wir hatten vor einigen Jahren schon eine Wasseraufbereitungsanlage auf der Bühne stehen. Da ist das vielleicht alles ein bisschen anders. Das hat aber das nächste Team nicht davon abgehalten, ihre Objekte mit auf die Bühne zu nehmen. Angenehm für die Regie. Alle, die sprechen, sind vor Ort anwesend. Das macht es ein bisschen leichter beim Schneiden. Begrüßen darf ich jetzt ein Projekt, das mit Enten arbeitet. Was das genau bedeutet, werden Sie uns selbst erzählen. Herzlich willkommen Herbert Sauruck, Ferdinand Rubel, Mario Rieder, Chris Baumann und Roman Bruckberger-Koch. Wir haben ein Mikrofon zu wenig, das heißt, der jeweils Erste, der spricht, gibt es bitte zur Desinfektion und an den Nächsten weiter. Diese Regieanweisungen sind, glaube ich, ganz normal heuer. Wir gewöhnen uns langsam dran. Viel Vergnügen bei den Enten. Herbert. Herzlichen Dank, einen schönen guten Abend und es freut mich, dass ich als Präsident der österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge mit meinem Team hier das Entenprojekt vorstellen darf. Und zwar, wir sind in die Veranstaltung hineingegangen mit der Ausschreibung Notkommunikationssysteme für die dezentrale Selbstorganisation im Krisenfall. Also eigentlich was ganz Atypisches, weil Digital Days, es geht um Connectivity und unser Thema ist eigentlich, was ist, wenn die Connectivity nicht mehr da ist. Und das Kernthema, was wir uns anschauen, ist, was passiert bei einem europaweiten Strom- und Infrastrukturausfall, einem sogenannten Blackout, wie es das österreichische Bundesheer binnen der nächsten fünf Jahre erwartet. Auch meine Einschätzung, ich beschäftige mich seit fast zehn Jahren damit, ist, dass die Lage bereits so angespannt ist, dass wir das wirklich erleben werden. Und es ist durchaus mehr das Thema, nur wir kommen nicht ins Handeln. Wir wissen, wir stehen da auf einem Riesenthema, so wie im Jänner und auch noch im Februar vor der Corona-Krise. Und wir haben geglaubt, das geht uns nichts an. Und plötzlich war es da und dann haben wir zum Teil überreagiert. Und der Vorteil von der Corona-Krise ist, wir konnten dort kommunizieren, wir konnten noch zeitgerecht Maßnahmen setzen und das wird beim Blackout leider nicht funktionieren. Weil hier geht es um einen großflächigen Stromausfall, der weite Teile Europas betrifft, der aber nur das Startereignis ist. Das heißt, es kommt zu diesem Ausfall, der binnen sekundenweite Teile Europas mitreißt, der in Österreich etwa einen Tag, vielleicht auch mehrere Tage dauern wird. Auf europäischer Ebene ist die Erwartungshaltung rund eine Woche. Auch durchaus mit der Möglichkeit von Rückschlägen und das, was massiv unterschätzt wird, ist, dass es auch eine Phase 2 gibt. Also der Strom ist wieder da, aber die Telekommunikation, also Handy, Festnetz, Internet sind noch nicht wieder da, weil mit massiven Hardware-Schäden zu rechnen ist, weil es Überlastungen gibt. Und ohne diese Verbindungen können wir keine Produktion, keine Transporte, nichts durchführen. Und vor allem, was für das Projekt hier wichtig war, können wir keine Notrufe absetzen. Das heißt, es sind völlig auf sich alleine gesteckt. Und hier müssen wir ebenfalls erwarten, dass es zumindest mehrere Tage dauern wird, bis das wieder funktioniert. Je länger der Stromausfall dauert, desto schwieriger wird es werden, diese Systeme wieder hochzufahren. Und daher haben wir durchaus eine längere Phase zu überbrücken. Und durch diesen zeitnahen Ausfall der Telekommunikationsversorgung, wir können wirklich davon ausgehen, dass es binnen Minuten im städtischen Raum sein wird, vielleicht in manchen Gegenden noch ein, zwei Stunden, aber dann gibt es de facto keine Verbindungen mehr. Und das heißt, in der Gesellschaft fallen in die Kleinststrukturen zurück und wir können uns nur mehr lokal, dezentral, in der Nachbarschaft, in der Gemeinde selbst organisieren und Hilfe organisieren. Und die Grundidee ist, gibt es auch ein Forschungsprojekt in Deutschland, in Berlin, Kattleuchttürme. Wenn nichts mehr geht, muss ich trotzdem irgendwie eine Struktur aufrechterhalten. Und wir haben in Österreich ein sogenanntes Selbsthilfe-Basen-Konzept entwickelt. Das heißt, ich habe in der Gemeinde, in der Stadt oder auch am Land Anlaufpunkte, wo ich hingehen kann, fußläufig, zwei bis drei Kilometer. Und dort ist irgendjemand, der eine Verbindung wieder irgendwo hin hat, zu einer Einsatzorganisation, um dort einen Notruf absetzen zu können. Das ist noch nicht fix überall installiert. Es gibt derzeit die Stadtgemeinde Feldbach in der Südoststeiermark, die hat das schon fix vorbereitet, weil wir dort ein Forschungsprojekt hatten. Wir haben das jetzt in St. Pölten auch vorbereitet oder sind in der Vorbereitung. Auch Corona hat hier leider wieder Verzögerungen eingebracht. Aber sonst ist das noch nirgends wirklich größer etabliert. Es gibt so Überlegungen, aber es fehlt noch weitgehend. Und die wesentliche Funktion ist, dass einmal überhaupt ein Notruf abgesetzt werden kann, dass ein lokales Ressourcenmanagement möglich ist, eine Selbstorganisation und vor allem die Entlastung der organisierten Hilfe, weil es kann niemand Millionen Menschen helfen. Und wir haben grundsätzlich drei Punkte der Notfallkommunikation. Die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, also die Einsatzorganisationen, werden durchaus länger als das Mobilfunksystem in der Lage sein, miteinander zu kommunizieren über das Digitalfunksystem oder teilweise auch noch Analogfunksystem. Aber es ist auch dort irgendwann wahrscheinlich vorbei, wenn es zu lange dauert. Dann gibt es eben diese Vernetzung dieser Selbsthilfebasen. Da ist durchaus die Überlegung, mit den Funkamonteuren zusammenzuarbeiten oder auch Betriebsfunk oder sonstige Lösungen zu verwenden, um hier eine Vernetzung innerhalb der Gemeinde sicherzustellen. Und der Lösungsansatz bei uns hier war im Projekt von Industry mit Smakers, wie können wir vielleicht noch eine Ebene nach vorne gehen, dass ich nicht mehr zu einer Selbsthilfebasis hingehen muss, sondern näher und rascher einen Notruf absetzen kann. Und daraus ist dieses Enten- oder Eulen-Projekt entstanden. Es gibt auch mehrere Bezeichnungen, basierend auf WLAN und dahinter auch LoRaWAN, um diese Kommunikation ohne Infrastruktur, ohne fixe Infrastruktur, mit Mesh-Technologie im Anlassfall etablieren zu können. Und da darf ich jetzt übergeben. Okay, schönen guten Abend. Mein Name ist Ferdinand Rubel. Aber Funkamateure sind schon genannt worden. Einer von denen bin ich. Und dort haben wir ähnliche Themen. Wir haben in den letzten Jahren LoRa entdeckt für uns. Und mit Mario, der hat ein internationales Projekt entdeckt, wo so etwas schon funktioniert wird. Ich bin in dem Fall eigentlich der Hardware-Teilbauer. Und meine Idee war, man sollte eigentlich auf jeder Bushaltestelle, weil jeder kennt wahrscheinlich seine nächste Bushaltestelle, Straßenbahn-Haltestelle, kann man hingehen mit einem ganz normalen WLAN-fähigen Device. Das kann wahrscheinlich ein Handy sein. Und wenn der Strom ausfällt, ist es ja so, sieht man wahrscheinlich keine WLAN-Points mehr in der Gegend. Unser WLAN-Point bei der Bushaltestelle wird man noch sehen. Man sucht einfach über sein, in dem Fall hat Handy, nächsten offenen WLAN. Mit dem kann man dann entsprechend anwählen. Und hier ist drinnen auch, kannst du nachher zeigen, wenn ich die Hand frei habe, ein ESP 32, der eine webbasierende Oberfläche zur Verfügung stellt, wo ich dann meine Wünsche an die Gemeinde senden kann. Der Gedanke dazu, was kann denn die Gemeinde überhaupt alles machen? Wir haben unterschiedliche große Gemeinden. Manche können an Gemeindebediensteten vorbeisticken, irgendwo helfen. Da haben wir auch die Idee gehabt, dass wir individuell für die Gemeinde das, was sie halt kann, diese Web-Oberfläche individuell designen kann. Und eben die entsprechenden Informationen werden dann per Lowerer-Wahn dann an die Gemeinde weitergeschickt. Und dort gebe ich an Mario, er hat dann das Frontend mehr oder weniger entwickelt auf Respiry ist einmal eine Idee, die einfache, billige, energiesparende Systeme, die Meldungen hereinkommen und dann den entsprechenden Organisationen weitergibt. Aber bitte Mario, dein Bad. Dankeschön. Ja, der Großteil ist eigentlich schon gesagt worden. Wie man in der Präsentation sieht, die eintreffenden Meldungen kann man dann grafisch darstellen und verschiedene Einsatzleitsysteme übertragen. Und man sieht dann wirklich auf einen Blick, wo Hilfe sofort notwendig ist und wo es den Leuten wirklich gut geht. Gut, herzlichen Dank. Ja, der Ferdinand hat noch so einen Teil zum Anschauen, wie das ausschaut. Das ist einmal erst ein Prototyp. Und das, was jetzt noch weiter fehlt, ist, wir brauchen mal überhaupt ein generelles Bewusstsein, dass hier eine wirklich große Gefahr lauert. Und meine Einschätzung ist, das ist die größte Katastrophe nach dem Zweiten Weltkrieg, die auf uns zukommt, wenn wir völlig unverbreitet, wie wir derzeit sind, darauf hinein stolpern. Aber das ist ein übergeordnetes Thema, wo wir daran arbeiten. Was wir konkret beim Projekt benötigen, ist Unterstützung bei der Weiterentwicklung dieses Prototypen, dass man das zur Serienreife bringt. Und unser Ansatz war auch in der Erstentwicklung, das möglichst kostengünstig zu machen und auch vor allem energiesparend, damit es auch für Gemeinden leicht leistbar ist. Weil die Gemeinden müssen das dann vorhalten. Und die Intention ist, wie auf der Folie zu sehen, das mit einem Koffer quasi bereit zu halten, leicht erwartbar zu machen und im Anlassfall an vordefinierten Stellen auszusetzen und zu montieren und so das rasch nutzen zu können. Muss natürlich auch begleitend kommuniziert werden, damit die Bevölkerung weiß, es gibt so etwas. Ja, und das Weitere, was wir noch brauchen, ist natürlich, dass die Gemeinden auch das Thema Blackout-Vorsorge generell aufgreifen und dann auch wissen, es gibt solche Möglichkeiten, die ihre Kommunikation in der Gemeinde erleichtern und die das dann auch nutzen. Und damit möchte ich vor allem recht herzlichen Dank sagen an die Sandra, die uns immer toll unterstützt hat und begleitet hat und an das Team, das sehr federführend mitgearbeitet hat, die Ideen eingebracht hat und vor allem auch umgesetzt hat. Der Ferdinand hat sehr intensiv an der Hardware gedüftet, Mario auch an der Software und der Christian auch mit der Oberfläche, damit man sie flexibel gestalten kann. Und ich glaube, wir haben da schon einen ganz guten Prototypen, wo man jetzt dann wirklich weitergehen kann. Und es gab noch ein paar andere Mitstreiter, die immer wieder dabei waren und auch Ideen eingebracht haben, die heute nicht her sind und herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herbert. Ich schleiche mich da aus dem Hintergrund an mit Abstand. Danke für dieses Projekt. Danke euch, dass ihr heute hierher gekommen seid und euren Prototyp mitgebracht habt. Ich glaube, das sieht man wirklich an jeder Bushaltestelle. Wollen wir hoffen, dass so ein Blackout nicht auf uns zukommt? Wollen wir gleichzeitig auch realistisch bleiben? Es kann natürlich in den nächsten Jahren passieren. Die Statistik behauptet, es wird. Herbert Sauruck, Ferdinand Rubel, Mario Rieder, Chris Baumann und Roman Bruckberger-Koch, bitte sucht euch eure IMMIS aus. Bitte gebt die Devices zur Desinfektion zurück. Herzlichen Dank und Gratulation zu diesem Projekt. Ja, wir kommen nun wieder zu einem Projekt, das hybrid präsentiert werden wird. Achtung an die Regie. Ich rufe jetzt mal auf, wer theoretisch online da sein sollte. Amy, Christian, vielleicht könnt ihr mir kurz ein Zeichen geben. Ist der Ballasch schon online? Ballasch süß? Sehr gut. Markus Raffer. Haben wir den Markus schon da? Wunderbar. Martin Max Exler. Könnte sein, dass er sich mit Max eingewählt hat. Den Martin haben wir noch nicht da. Okay, das ist eine Ankündigung für dich, Markus. Achtung. Und dann hätten wir noch den Alexander Pagonis und den Thomas Kraus aus der Steiermark. Haben wir die beiden schon online? Max ist da. Wunderbar. Perfekt. Wie sieht es aus beim Markus, beim Alexander Pagonis, beim Thomas Kraus? Okay, die sind noch nicht da. Wir hoffen, dass sie im Lauf der Präsentation der Projekte noch kommen werden. Wunderbar. Das heißt, die kommen alle nacheinander rein. Ihr seht, wie dynamisch Industry Meets Makers abläuft. Ist nicht so, dass es in den anderen Jahren nicht so wäre, aber wir haben uns ja vorgenommen, wir machen jedes Jahr eine Premiere, oder Sandra? Genau. Was kommt da jetzt auf euch zu? Ihr habt es schon über den Radarsensor, über den Sense2go-Chip von der Infineon gehört. Eines, was man damit machen kann, wer sich erinnert, ist Züge steuern, beziehungsweise Geschwindigkeit und Position des Zuges bestimmen. Man kann aber noch ein Haufen mehr machen. Ich hatte das Vergnügen, in der Vorbereitung schon einige dieser Projekte zu sehen. Es haben sich einige aus unserer Maker-Community diesen Radar-Chip hergenommen. Wie wir schon gehört haben, ist auch die Einstiegshürde von der Infineon recht leicht gemacht. Was das alles ist, was da produziert wurde und was da an Ideen eingegangen ist, das stellt uns der Markus Johannes Kleinfercher von der Infineon vor. Ich darf dich herzlich begrüßen auf unserer Bühne. Wenn du Schwierigkeiten hast mit der Durchmoderation der Online-Teilnehmer, lass es mich wissen, ich bleibe in der Nähe, okay? Passt, vielen Dank. Das druckt Sie, wenn man noch schnappt. Dankeschön. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, schönen guten Abend hier im Saal und vor dem Bildschirm zu Hause. Ich bin als Vertreter heute von Infineon da, nicht nur als Vertreter von Infineon, sondern auch als Vertreter von drei sehr wichtigen Personen, die sich heute leider entschuldigen lassen. Das wäre zum einen der Günter Wellenzohn, Raphael Gattringer und zum anderen der Martin Gschwandner. Die werden sich aber, ich glaube, früher oder später im virtuellen Raum einfinden und ein bisschen mit den Kolleginnen und Kollegen plaudern. Martin Gschwandner, wie ich gehört habe, leider nicht da, aber vielleicht findet er sich später noch ein. Danke für die Info. Ja, lustigerweise oder interessanterweise, zufälligerweise, meine erste Dienstreise bei Infineon hat zu Industry mit Smegas geführt und ich war damals schon sehr beeindruckt von den innovativen und zukunftsweisenden Projekten, die in Zusammenarbeit zwischen der Industrie und der Maker-Szene zustande gekommen sind. Wir sind Finanzen sehr froh, dass wir in dieser Open Innovation Community mit dabei sein dürfen und sind natürlich besonders stolz darauf, hier jede tolle und großartige Projekte wieder unterstützen zu dürfen. Diese Projekte, besagte Projekte, möchte ich kurz vorstellen, insbesondere die Menschen dahinter. Wie schon angesprochen, die Präsentation kann ich leider nicht sehen. Ah, da sind wir. Dankeschön. Wie schon angesprochen, wir haben natürlich zwei Briefings gehabt dieses Jahr. Zum einen die Zusammenarbeit mit Thales, das IoT und Radar on Train. Zum anderen war es ein eigenständiges Briefing noch zusätzlich von Infineon, Sensing the Word with Radar. Ja, ein sehr ambitioniertes Team rund um das IoT und Radar on Train. Hier nochmal alle aufgeführt, die maßgeblich beteiligt waren. Oben angeführt, unser Entwicklerteam unten, alle, die im Management mit dabei waren. Einen herzlichen Dank an dieser Stelle an alle, die mitgewirkt haben. Es war eine tolle Kooperation und wir freuen uns schon auf die Zukunft gemeinsam. Ja, zum zweiten Briefing, Sensing the Word with Radar. Hierzu maßgeblich vertreten, Balas Schütz mit seinem Radar-Switch, Markus Raffer mit seinem Inomex-Schuh, Martin Exler, systemkritische Sensordaten, ein theoretischer Vortrag und Thomas Strasser-Kraus und Alexander Burkhardt von Optrik mit der Objekterkennung. Ich würde jetzt gleich einfach das Wort weitergeben an dich, Balas Schütz, haben wir dich in der Leitung, liebe Regie. Ja, hallo. Hört ihr mich? Ja. Sehr gut. Okay. So, ich sehe meine Präsentation nicht. Könntet ihr das einschalten, bitte? Kurzen Moment. Danke. Müsste jetzt da sein, Balas. Okay, ja, perfekt, danke. So, mein Name ist Balas Schütz und meine Projektidee heißt Radar-Switch. Es ist ein Wandschalter mit visueller Orientierungshilfe und um das Konzept besser zu verstehen, schauen wir kurz diesen JustGase-Video an. Könntet ihr bitte den Video abspielen? Kommt sofort, ja. Danke. Genau. So, das Haupttitel... Oh. Ja. Gehen wir kurz zurück zu den Präsentationen, bitte. Du kannst schon wieder loslegen, Balas. Okay, super. Dann bitte in die nächste Slide schalten. Und die übernächste, weil wir haben die Newscast schon gesehen. So, das Grundidee von dem Radar-Switch, dass die Radar-Switch erfasst die Bewegung und in den LED-Ring, damit gibt es ein klares Signal. Das Hallo, ich bin der Lichtschalter für das Licht, rühre mich bitte an. Es ist besonders gut, wenn man sich in eine neue Räumlichkeit befindet, in der Mitte von der Nacht. Schauen wir, wie das Prototyp aufgebaut ist. So sieht das erste Prototyp aus. Um die Entwicklungszeit zu reduzieren, habe ich einen Schalter mit Hintergrundbeleuchtung ausgesucht. Und für die bestehende Gehäuser wurde eine neue Platina gezeichnet. So, das seht ihr in der Mitte. An der Topseite befindet sich den Sense-to-go-Board, zwei Tasten und den LED-Ring. Ein wichtiger Aspekt während der Entwicklung war, die Hardware-Änderungen in die Sense-to-go-Board zu vermeiden. So kann ich ganz viele neue Prototypen aufbauen. Ich muss einfach ein neues Sense-to-go-Board bestellen und einfach reinstecken. An der untere Seite, an der Bottomseite, ist ein XMC-Mikrokontroller drauf. Der handelt alle die Peripherien und dann muss ich den XMC-Mikrokontroller in der Sense-to-go-Board nicht modifizieren und keine neue Software schreiben. Zum Glück, dieser originelle Wandschalter, dieser originelle Produkt, hat einen Netzteil mit zwei LEDs gehabt, die ich ohne Modifikation verwenden könnte. Nächste Slide, bitte. Genau. So sieht der fertige zusammengebaute Prototyp aus. Momentan, wie gesagt, sind Rallys verwendet, aber DALI, KNX oder WiFi oder andere Lichtsteuerungssysteme sind natürlich auch möglich. Und es ist sehr wichtig, der Radarswitch ist nicht nur ein Schalter. Das ist gleichzeitig ein Bewegungssensor, ein felsches Bewegungsmelder. So, es kann die komplette Lichtsteuerung in den Raum übernehmen. Genau. Nächste Slide, bitte. Was steckt hinter dieser Radarswitch? Es ist eine kleine Vision, eine Produktvision. Es ist ein modulares Radarsensor für OEM-Anwendungen. So, ich erinnere mich, vor fünf, sechs Jahren, die Radar-MMI-Cs waren sehr teuer im Vergleich zu den Doppler-Modulen, zu diesem klassischen Türöffner. Aber jetzt mittlerweile sind die preislich kompetitiv und technisch bieten deutlich mehr. Und es gibt noch etwas Wichtiges in den heutigen Zeiten, dass die Radar-MMI-Cs, zum Beispiel diese BGT24, ist preislich kompetitiv mit den Peer-Sensor-Lösungen. Mit den Peer-Sensoren, die haben momentan mehr als 90 Prozent, ich würde sagen 95 Prozent Markanteil zwischen den Bewegungsmeldern. So, ich schätze, dass mehr und mehr Radar-MMI-Cs werden verkauft und der Bedarf für den Radar-Sensoren wird schnell steigen. Ich nenne diese kleine Vision, dieses Sensorelement als Simple Sense 24, das ist einfach kein Fantasyname. Ganz oft reichen kleine, aber praktische Features für die einfache Integration aus, zum Beispiel an die Rahmen, diese Castellated PCB-Rahmen mit dem Löcher. Die erlauben eine ganz einfache Integration in Kundenprojekte, in eigene Lösungen oder einen Sensor mit oder ohne Mikrokontroller. Das führt zur Kostenersparung. An der Tabelle sieht ihr eine realistische Bombschätzung mit teuren EMS und dickigen Preisen. Und ich denke, dieser Radar-Switch dürfte irgendwo zwischen 15 und 18 Euro Bombenkosten haben. Das ist eine realistische Schätzung. Genau, und dann sind wir bei der letzten Seite. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich an diesem Wettbewerb teilnehmen konnte und dass ich eingeladen war. Und freue mich an jede Kontaktaufnahme heute. Und es gibt auch eine Live-Demo für die, die mich später kontaktieren. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Paulosch. Dankeschön. Und wir würden gleich weitermachen. Wir sind ein bisschen im Zugzwang. Die Uhr tickt vor mir am Boden. Markus Raffa, hörst du uns? Bist du in der Leitung? Ja, ich bin hier. Ich hoffe, man hört mich auch. Jawohl. Bitte, deine Zeit. Danke vielmals. Also, wir von Tech Innovation, wir haben uns ein Use Case gewidmet, der europaweit 30 Millionen Menschen betrifft und weltweit sogar 285 Millionen Menschen. Es werden vielleicht viele überrascht sein. Wir sprechen hier von Menschen, die es eh beeinträchtigt oder winken sind. Und ich bin selbst einer davon. Wir als Unternehmen, als Tech Innovation, haben uns deshalb für die Hinderniserkennung verschrieben und entwickeln daher Hinderniserkennungssysteme für diese Zielgruppe, für den Alltag. Das erste Produkt, mit dem wir seit heuer auf dem Markt sind, ist ein smarter Schuh zur Erkennung von Hindernissen. Sie sehen es hier im Bild vorne am Schuh ist ein kleines Geweiß angebaut, den man auch runternehmen kann vom Schuh, um so verschiedene Schuhmodelle nutzen zu können. Dieses Teil erkennt Hindernisse auf bis zu vier Metern und warnt davor über die Portion oder auch über akustische Signale, die man über Kopfhörer beispielsweise empfangen kann. Wir auf technischer Seite arbeiten mit Ultraschall-Sensoren und Migrationsgebern sind im Inneren des Schuhs und haben auch eine kleine LED verbaut, um für Menschen, die noch einen Restwert haben, hier auch visuell eine Unterstützung zu bringen. Dieses erste Produkt, das wir als Medizinprodukt nun gelauncht haben, arbeitet mit Ultraschall. Um das jetzt weiter zu entwickeln und die technischen Möglichkeiten auch zu nutzen, auch für die Zukunft, noch besser Hindernisse erkennen zu können, haben wir uns mit der Infineon zusammengeschwossen. Wir sind über Raphael und über Martin Schwandner überraschend zusammengekommen, weil eben naheliegend die Infineon den Radarsensor auf den Markt gebracht hat. Und wir in unserer gemeinsamen Zusammenarbeit, die mittlerweile kein halbes Jahr betrifft, haben wir untersucht, wo sind die Formen des Radarsensors. Die können beispielsweise auch durch die Messung von Winkeln einerseits dargestellt werden, andererseits gibt es Verbesserungen im Bereich der Haptik von Hindernissen. Das heißt, der Radar soll hier weniger Schwierigkeiten haben, beispielsweise bei Weichen, Oberflächen. Und ganz wichtig, wir haben derzeit mit Ultraschall die Situation, dass wir nur ein Händen ist, erfassen. Also wir messen noch bis zu vier Meter derzeit und müssen uns auf das wesentlichste Hindernis innerhalb dieser vier Meter beschränken. Das heißt, wir formen einen Kegel nach vorn, der den Tastbereich erfasst. Und mit Radar kann es möglich sein, dass wir gleichzeitig ein breiteres Spektrum nach vorne hin erfassen können und gleichzeitig mehrere Hindernisse den Loser verlieren können. Und das Tollste an der Story im Wissenland ist, dass wir gemeinsam, auch unter Einbindung des Instituts für Signalverarbeitung der J.K. Berlin, im Moment gerade ein Forschungsprojekt, können wir uns einreichen, um unsere Zusammenarbeit zu konkretisieren und zu vertiefen. Wir freuen uns ganz besonders und bedanke ich mich auch schon recht herzlich für die Gelegenheit, uns hier presentieren, wie wir eingehen. Ja, vielen, vielen Dank, Markus Raffer von TechInnovation. Sehr beeindruckende Arbeit, die da in den letzten Monaten entstanden ist. Und übrigens herzlich willkommen im Infineon Startup-Programm. Danke. An nächster Stelle haben wir den Martin Exler. Martin, hörst du uns? Max? Er hört nur auf Max. Okay, an dieser Stelle überbrücken wir kurz. Vielleicht, Balasch, du hast eine Frage im Chat bekommen, vielleicht möchtest du die dann auch noch beantworten, falls du noch in der Leitung bist. Vielen Dank. Das sehe ich an. Ich sehe an der Frage nicht. Ist auf B2Match. Aber könntest du bitte die Frage vorlesen? Ich glaube, die Zeit drängt. Wir nehmen die Frage einfach nachher dran. Ist der Max mittlerweile online? Max ist online. Ich sehe an und für sich den Max. Ich weiß nicht, ob der Max uns hören kann. Okay, ja, sehe ich. Danke. Danke an die Regie. Max, du könntest loslegen. Es sieht allerdings so aus, dass die Internetverbindung zum Max eher oder vom Max zu uns wahrscheinlich eher schlecht ist. Das könnte ich mir vorstellen. Vielleicht tauschen wir die Reihenfolge. Geht das? Markus? Wir können gerne auch die Reihenfolge tauschen, ja. Regie, können wir die Reihenfolge tauschen? Können wir den Max am Schluss nehmen? Okay, passt. Danke. Vielen Dank. Bitte eure Zeit. Dann stellen wir das nächste Projekt vor. Das ist, glaube ich, da. Ah, ich habe die Namen vergessen. Hilf mir bitte. Thomas Kraus, Alexander Pagonis. Alexander Pagonis. Alexander Pagonis. Okay, Alexander Pagonis, höre ich gerade von der Regie, hat eher schlechtes Internet. Dann muss da Thomas Kraus das Projekt vorstellen. Da funktioniert es, glaube ich. Okay. Okay, können die mich hören? Ja, wir hören dich, Thomas. Leg los. Okay, also guten Abend von meiner Seite und hallo aus Graz. Mein Name ist Thomas Strasser-Kraus und gemeinsam mit dem Alexander Burkert möchte ich euch heute die Optrik vorstellen. Let the Blind Sense the World with Radar ist unsere Vision und wir glauben, mit der Technologie von Infineon kann diese Vision in Wirklichkeit werden. In Europa leben 30 Millionen Blinde und Sehbehinderte. Und wir haben uns überlegt, wie wir deren tägliches Leben verbessern können. Herausgekommen dabei ist die Idee für Optrik. Ein Infineon Radarsensor. Vielleicht können wir gleich zwei Slides nach vorne hüpfen. Genau, und noch eine, bitte. So, da sieht man jetzt die Idee in der Optrik. Also ein Infineon Radarsensor, integriert in eine stylische Sonnenbrille. Hört mich jemand? Diese detektiert dann Objekte in der Umgebung und sendet dir in ein handelsübliches Smartphone. In diesem Smartphone sorgt dann eine Audiovisualisierung dafür, dass diese Umgebung für den Blinden audiovisuell sichtbar gemacht wird. Und dieses Signal wird dann an ein Bild übertragen. Und die Idee war jetzt, euch zu zeigen, anhand einer Demo-Applikation, wie sich das dann für den Blinden anhören kann. Und das ist das, der Alexander wollte uns da die Demo-Applikation kurz vorstellen. Ich weiß nicht, ob das Internet jetzt geht. Ja, wir haben den Alexander online. Hallo Alexander, kannst du uns hören? Ja, ich kann euch hören. Super, dann kannst du mit deinem Teil loslegen. Danke. Perfekt, ausgezeichnet. Können wir noch einmal auf die Slides zurückspringen, bitte? Genau, also eine weitere. Genau, noch eine, bitte. Ausgezeichnet. Ja, also das ist ein kurzer Überblick, wie sich diese Demo-Applikation ausschaut. Wir haben die möglichst flexibel gestaltet. Das heißt, sie dient einerseits als Spielwiese für uns, für unterschiedliche Parametrisierungen von dem Sensor, der die Umgebung abtastet. Das heißt, sie hat zwei verschiedene Modi, in der sie arbeiten kann. Also einerseits mit einem Sensor-Emulator, wo man dann links unten, wie man es da sieht, die Parameter variieren kann und rechts unten eine isometrische Sicht von der Test-Szene bekommt. Ja, damit man da so ein wenig ein Look, ein Feel für das Ganze bekommt. Der zweite Modi ist wirklich, dass über die serielle Stelle Daten vom Sensor in Form von Winkel und Distanz erwartet werden von der Applikation, die sie dann specialized und a specialized sound über die Kopfhörer ausgibt. Sodass, wenn ein Hindernis auf der linken Seite erkannt wird, auf der linken Seite beim Kopfhörer ein Sound abgespielt wird und die Amplitude gibt an, wie nah ein Obstakel ist. Dazu hätten wir noch ein Video vorbereitet, die das Ganze ein wenig exemplifizieren soll, damit man sich vorstellen kann, wie das genau gedacht ist, falls es jetzt noch nicht plastisch genug erscheint. Können wir das Video vielleicht abspielen, bitte? Genau. Können wir das Video? 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 Perfekt. Passt. Vielen Dank. Also ich wollte jetzt nicht reinreden. Also der erste Teil vom Video hat einfach kurz gezeigt, wie das abläuft. Also man hat dieses akustische Piepsignal. Die Idee ist, dass man einfach die Augen zumacht und sich diesem Piepsignal mit den Ohren nähert, ohne auf ein Hindernis zu stoßen. Und im zweiten Teil vom Video hat man einfach kurz gesehen, ein bisschen die Spielerei mit den Parametern. Also verschiedene Auflösungen, verschiedene Abdeckungsmöglichkeiten, verschiedene Distanz vom Sensor. Ja, soviel dazu, nachdem die Zeit schon fortgeschritten ist. Gut, ja, dann herzlichen Dank Alexander Burkhardt und Thomas Kraus. Ich habe die Info von der Regie bekommen, vorhin die Internetverbindung zum MEX. Martin Exler ist leider sehr, sehr schlecht. Wir werden diese Präsentation leider überspringen müssen. An dieser Stelle werde ich das Ganze auch schon abmoderieren. Vielen herzlichen Dank an alle Teams, die teilgenommen haben. Herzliche Gratulation auch an das gesamte Team von Industry Meets Makers. Danke, dass wir wieder haben dürfen und wir freuen uns auf die nächsten Jahre. Alles Gute und noch gute Unterhaltung heute. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Markus. Und auch du nimmst dir natürlich deinen IMI. Und falls da jetzt Fragen aufgetaucht sind, natürlich bekommen alle unsere Online-Teilnehmer, alle unsere Projektteilnehmerinnen auch ihren IMI. Ihr seht, es sind genügend da. Die gehen heute nicht alle von der Bühne, die gehen dann nachher zu jenen, die diese Projekte mit unterstützt haben. Ich komme auch schon damit zum fast letzten Projekt des heutigen Abends. Die Business Upper Austria hat ganz, ganz spät und nahe zum Bootcamp ein Briefing eingereicht. Das war relativ kurzfristig und dafür umso spannender. Bei dem Briefing von der Business Upper Austria geht es um Standortentwicklung am Wirtschaftsstandort Oberösterreich. Die haben dort eine Datenbank im Web, wo man sich als Unternehmen aussuchen kann oder suchen kann, wie die Standortparameter für eine Firmenansiedlung sind. Man kann sich das vorstellen wie eine klassische Datenbank, Webfrontent davor und man kann sich die Adressen suchen. Man hat Map-Unterstützung und ähnliches. Was sich die Business Upper Austria überlegt hat dazu und was das Team von Display, die sich gleich selbst vorstellen werden, die sich gleich selbst vorstellen werden, in ihrem Video dazu gedacht hat, das erfahren wir jetzt. Wir haben eine Video-Zuspielung dafür bekommen. Video bitte ab. Hallo, wir sind Irina und Alex von Display. Die Aufgabenstellung von Business Upper Austria war, das Online-Standort-Service mithilfe innovativer Technologien attraktiver zu gestalten. Bereits im Briefing wurden Virtual und Augmented Reality als mögliche Lösungsansätze ihres Problems genannt, weshalb wir uns für dieses Projekt entschieden haben. Wir beschlossen Gaming-Technologie zu verwenden, um Standorte und deren Umgebung inklusive beispielhafter Verwendung und Bebauung zu visualisieren. Die Idee hinter unserem Prototyp ist, dass bei Anlegen eines Grundstücks im Standard-Service automatisch eine interaktive Visualisierung generiert wird, die sich Interessentinnen ansehen können. Pro Standard stehen unter anderem folgende Daten zur Verfügung. Die Dimensionen des Standorts, die Position des Standortes, verschiedene Arten von Kartendaten, sei es nun von Google Maps, von OpenStreetMaps oder von Doris, dem oberösterreichischen Kartenservice, und außerdem bestimmte Standort- und Umgebungsdaten. Aus diesen Daten generieren wir eine dreidimensionale Karte und setzen die UserInnen direkt hinein. Sie können verschiedene beispielhafte Bebauungen ausprobieren, die Umgebung begutachten, sich Informationen einblenden lassen und sogar direkt am Grundstück überzielen. Hier sehen wir die Fernansicht von unserem Prototypen. Die Anwendung läuft im Browser und kann wie eine Webseite aufgerufen werden oder auch auf einer anderen Webseite eingebettet werden. Das Grundstück kann von der Ferne in seiner Umgebung betrachtet werden und es können verschiedene exemplarische Bebauungen darauf ausprobiert werden. In einer Detailansicht können die User und UserInnen wie in einem Computerspiel herumgehen auf dem Grundstück und die verschiedenen exemplarischen Bebauungen direkt begutachten. Vor allem in Zeiten wie diesen, wo sich durch Corona Veranstaltungen zunehmend ins Internet verlagern, sind wir großes Potenzial in Gaming-Technologien. Wir alle waren in den letzten Monaten Teilnehmer unzähliger digitaler Events und Meetings und haben sowohl Vorteile als auch nach dieser Kommunikationsform erlebt. Gaming-Technologie kann virtuelle Räume zum Leben erwecken. Ausstellungen und Events können statt auf zweidimensionalen Webseiten im dreidimensionalen Raum gestaltet werden. Das Entdecken einer Veranstaltung und die freie Bewegung werden wieder möglich. Hallo, wir sind Irina und Alex. Das Team von der Ferne mit einem Projekt, mit dem sie die Business Upper Austria unterstützt haben. Und da sieht man, was mit Gaming-Technologien möglich ist. Ich darf es alltäglich zu Hause erleben und viele von euch wahrscheinlich auch Games durchziehen unseren Alltag. Und da gibt es viele Möglichkeiten, was man damit anfangen kann, auch im Rahmen von Industry Meets Makers, aber sicher nicht nur. Das Spektrum bei Industry Meets Makers ist wirklich gewaltig groß. Wir haben heute den befeuerten Kamin gesehen, der Daten liefert und der zu einer idealen Befeuerung beiträgt. Wir haben fahrende Züge und selbstgesteuerte, selbstfahrende Züge gesehen. Wir haben mehr Radartechnologie gesehen. Wir haben Energieautarkie erlebt und wie sie möglich gemacht werden soll und vieles, vieles mehr. Es gibt noch ein Projekt, für das ich die Sandra noch einmal auf die Bühne bitten möchte. Ich glaube, wir haben das so ausgemacht, oder? Dass du jetzt das letzte Projekt vorstellst. Ihr seht, wie das normalerweise abläuft bei uns. Ich gehe an den Computer und starte dir die Präsentation ein und du, die Bühne gehört dir, Sandra. Danke. Ja, wir wollten noch kurz erwähnen, dass das ZKW dieses Jahr auch wieder dabei war. Und es hat Ihnen auch, glaube ich, sehr Spaß gemacht. Sie haben beim Bootcamp mitgemacht und mit einem Studententeam gemeinsam Konzepte entwickelt, die Sie jetzt intern weiterentwickeln werden. Es ist um Lichtdesign gegangen im Zeitalter des autonomen Fahrens. Und Sie sind jetzt dabei, mit einem Team, das heißt Crowdstrudel aus der Steiermark, gemeinsam Konzepte zu entwickeln und Lösungen. Und Sie sind aber noch nicht so weit. Sie haben gesagt, Sie werden es einfach am Beginn vom Kickoff nächste Runde vorstellen und sind dann auch wieder dabei. Also wir freuen uns sehr. Das wollten wir noch einmal erwähnen. Und ja, und ich wollte jetzt noch einen kurzen Ausblick geben. Bei uns geht es natürlich weiter. Wir werden jetzt über den Winter den nächsten Briefings vorbereiten, laden auch herzlich wieder alle Firmen ein, da was einzusteuern und starten dann voraussichtlich wieder im März nächsten Jahres mit dem nächsten Kickoff. Und ja, und wir versuchen es natürlich auch zu verbessern und haben jetzt eine eigene Webplattform entwickelt, die unser Team macht. Das ist in der Bar bei uns Angestalt und unsere Partner Priya entwickeln das mit uns gemeinsam. Und das Team wird das jetzt mal kurz noch selbst vorstellen und ich möchte mich an der Stelle schon verabschieden und nochmal sagen, dass wir den Beitrag von der nächsten Woche via Video-Zuspielung noch in einem Blogbeitrag bringen werden, dass sein Beitrag auch noch gezeigt werden kann. Dankeschön. Hallo, wir sind Willi und Clemens von Priya und Philipp von Industry Meets Makers. Wir entwickeln zusammen die neue Industry Meets Makers Webplattform, welche in der kommenden Runde von der EMM-Community benutzt werden soll. Hier können dann Briefings ausgeschrieben und Bewerbungen geschickt werden. Ebenfalls hat die Community dann die Möglichkeit, einen selbstgerosteten Chat zu verwenden. In die neue EMM-Plattform wollen wir auch ein neues Open-Source-Tool integrieren, das wir gerade entwickeln. Das heißt Delete Your Data. Und es stellt sicher, dass alle Daten, die in der Plattform gespeichert werden, personengezogene Daten katalogisiert sind und dadurch auf Anfrage abgerufen oder gelöscht werden können. Bei Delete Your Data haben wir da auch großes Augenmerk auf die Modularität, damit das auch in anderen Projekten einsetzbar ist und nicht spezifisch nur für Industry Meets Makers passiert. Dieses Tool entsteht gerade im Rahmen des NAPID-Projekts und nach Abschluss soll dann das Ganze auf GIT zur Verfügung stehen. Der Fokus liegt also stark auf Datenschutz und Privatsphäre. Das heißt, alle Dokumente und Nachrichten werden bei EMM gehostet und mit Delete Your Data hilft man dann hier bei der ganzen Konformität in Bezug auf die Datenschutz-Grundverordnung und somit DSGV-konform. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und nähere Informationen für Sie auf der NAPID-Plattform. Die Industry Meets Makers Plattform wurde entwickelt im Rahmen von Industry Meets Makers. Nächstes Jahr geht es also mit der eigenen Plattform am Start. Danke Sandra für diese Vorstellung und danke Sandra Stromberger insgesamt für das ganze Projekt Industry Meets Makers. Ich kann nur alle zusehenden Industriepartner und alle zusehenden Maker und solche, die noch in die Community einsteigen wollen, einladen, auf die Industry Meets Makers Website zu gehen und dort einfach zu schauen, was sich tut und was für nächstes Jahr an Briefings ausgeschrieben wird. Es wird auch nächstes Jahr wieder ein Projekt geben. Für jetzt, für heute Abend, ist hier auf der Live-Bühne in wenigen Minuten Schluss. Es geht aber noch weiter. Die Digital City Wien und die Digital Days werden über die Bühne gebracht, nicht nur mit der Unterstützung der Teams, die hier vor Ort den ganzen Tag schon tätig sind. Es wird auch über die Bühne gebracht mit einer Plattform namens B2Match. Ihr findet diese Plattform, wenn ihr auf ddays.digitalcity.wien geht im Internet und dort auf die Digital Days 2020 und anmelden. Dort kann man einsteigen in die B2Match Plattform und dort ist jetzt noch mindestens eine Stunde die Möglichkeit, sich mit den dort anwesenden Teilnehmern zu vernetzen, eins zu eins Meetings zu machen, mit den Makern zu sprechen, mit den Industriepartnern zu sprechen. Vernetzung wird also auch bei den Digital Days 2020 großgeschrieben. Ich darf noch einmal ein großes Dankeschön sagen an den Dominik Weiß namens der Urban Innovation Vienna, an die Eva Czernohorski, Markus Proske, Hannes Raffer-Seder und Franz Fiedler von der FH St. Pölten, Rosemarie Pichler, Gabriel Gruber, Oliver Waldner, Martina Eckersdorfer. Das sind die Vertreter der Standortagenturen der Bundesländer, die mit Industry Meets Makers zusammenarbeiten. Ich darf ein Dankeschön sagen für das Team des Erste Campus, das uns den ganzen Tag unterstützt. Die Damen und Herren haben gescheit Stress gehabt mit uns, wie man so schön sagt, weil wir heute hier eine Hybridveranstaltung gemacht haben, die wahrscheinlich zum komplexesten zählt, was man so in dieser Corona-Zeit machen kann. Franz, Igor, Jörg und Florian darf ich namentlich erwähnen. Ich glaube, da steht noch ein ganzes Team dahinter. Danke euch vielmals. Noch einmal ein herzliches Dankeschön an das Team vom TV-Salon. Die haben hier seit 8 Uhr früh gearbeitet. Das sind satte 12 Stunden mit dieser Abmoderation. Danke für diese Leistung, Amy, dir und deinem ganzen Team. Und natürlich dem Team von der Urban Innovation Vienna. Die möchte ich erwähnen, weil mit denen darf ich schon im Vorfeld, durfte ich schon im Vorfeld zusammenarbeiten. Dominik Weiß habe ich schon gesagt, Walter Palmetsofer, Claudia Kanonier, Julia Gschmeidler, Florian Woller, Angela Düritsch und Nadine Bergins, unsere Projektleiterin. Danke, Nadine. Und die Julia, ich habe den Familiennamen nicht verstanden. Julia, danke, dass du auf der Bühne warst und uns hier mit den Devices unterstützt hast. Es sind zu viele Namen, die jedes Jahr hier über die Moderationskärtchen rutschen. Ich danke vielmals für diesen Abend. Ich danke der Sandra für das Projekt Industry Meets Makers und dass ich hier wieder für dich moderieren durfte. Vielen Dank euch allen an den Schirmen. Einen schönen Abend noch. Vielen Dank.